Einen wunderschönen guten Abend. Wie ihr sehen könnt, beginnt unsere Sendung noch gar nicht in Wirklichkeit. Denn einer aus dieser kleinen Runde Gurkentruppler, ich sag jetzt mal nicht wer, Alexander, hat seine Kamera ein- und ausgeschaltet. Und das bedeutet, dass die Bildchen jetzt hier ein bisschen falsch sind. Das aber überhaupt nicht schlimm ist und ich reg mich auch überhaupt nicht auf, sondern ich rearrangiere die jetzt. Schauen wir mal, die Nana ist jetzt gerade der Holm-Gero-Hümmler. Der Holm-Gero-Hümmler ist der Alexander Waschgau. Der Alexander ist die Nana. Ist das letzte Mal dabei heute. Du wolltest ja lustig sein. Ja, ja, das soll ich bleiben lassen. Schalt jetzt mal die Kamera ab und schaltest die Kamera ab. Ich meine, was man dir vielleicht dann noch hätte erklären sollen, ist, lustig wäre gewesen, wenn ich mich zwar erschrecke, du aber nicht das Bild durcheinanderbringst. Ja, ja. Humor ist ein weites Feld. In Bayern sagt man, der ganze Burr Depp. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich mach mal ein lustiges. War gar nicht lustig. Da bin ich wieder. Entschuldigung. Ich hab's aber jetzt gleich wieder repariert. Meine Fresse, ey. Wenigstens ein Profi dabei. Ja, aber der konnte heute nicht. So, Florian Aigner stimmt noch. Holm-Gero Kümmler, wie ich vorhin scherzhaft lesen durfte. So. Ja, die Abstände. Also ich hoffe, dass jetzt niemand von euch, der oder die gerade zuschaut, ein Problem mit exakten Positionen und Lücken zwischen Bildchen hat, weil das stimmt jetzt nicht so wahnsinnig. Aber da ich kein Problem damit habe, lasse ich das jetzt mal so. Jetzt beginne ich einfach nochmal von vorne. Nein, Alexander. Nein, nein, nein. Nicht so weit von vorne. Bitte bleib da. Tu es nicht. Warte mal, ich mach mal gerade. Wahnsinn. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Interessierte und Interessiertinnen. Wir sprechen heute über EU-Mythen. Das heißt, im Endeffekt möchte ich eigentlich eher wissen, von diesen ganzen Klischees, die in meinen und vielleicht auch in euren Köpfen rumschwirren. Was stimmt denn davon? Was stimmt davon nicht natürlich? Ebenso oder vielleicht wahrscheinlich noch viel öfter, wenn es ein Mythos ist. Und was mich an dem Thema eigentlich ursprünglich gereizt hat, das ist, dass ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass da auch ein gewisses, wie soll ich sagen, eine Art von System dahinter steckt. Weil es muss ja irgendeinen Grund haben, warum solche Dinge erscheinen und auftauchen und dann plötzlich eine Eigendynamik annehmen. Also all das und noch mehr würde ich tun, wenn ich König von Deutschland wäre. Kann ich aber nicht. Darum beschränke ich mich hier mit dieser kleinen Talkrunde. Es ist ja schon so, dass wir, glaube ich, den Begriff EU-Mythos, den müssen wir dann doch irgendwie definieren, Alexa und Nana, oder? Ja, ich befürchte. Ich wäre bereit. Du wärst bereit? Warum habe ich Angst, wenn du das sagst? Ich weiß es nicht. Ich hole mir schon mal einen Stuhl und dann... Nein, die Witze musst du seit dem letzten Mal leider aushalten. Und egal, wie knapp du dich fasst, in meinem Hirn ist das abgespeichert und ich werde diese Witze immer machen. Das ist gut, ist gut. Ich weiß auch, dass ich langsam sprechen muss. Also darf ich oder soll ich nicht? Nein, nein, ich möchte sehr, sehr gerne, dass du das machst, allein schon, weil dann die Alexa ein bisschen entspannter wird, weil die normalerweise immer die Definitionsqueen ist. Ich definiere nicht mehr. Ich lasse jetzt definieren. Und ich spiele den Definiermarsch. Den gibt es hier in Bayern. Hat den jemand kapiert? Ist ja auch egal. Nana, the stage is yours. Also, Sündenbock, Europa, warum ist die EU an allem schuld? Die Mythen, die sogenannten, sind nichts anderes als gängige Vorurteile. Deswegen gängig, weil sie also häufig und weit verbreitet kommuniziert werden. Und zwar Legenden, Charakter auch mit sich bringen. Das bedeutet, dass so eine Nachricht, so ein Mythos einem das Gefühl gibt. Und das hat man schon irgendwo gehört. Und da müsste auch irgendwo ein wahres Kernchen dran sein. Und das Spannende dran ist, dass bei diesen eher negativen Narrativen über die EU auch immer irgendwo ein Kern, ein Nerv drinsteckt, der so eine Wahrheit im kollektiven Unterbewusstsein anspricht. Und ich gebe da vielleicht ein paar Beispiele, wie das funktionieren kann. Warum ist ein Leibbrot heute, wenn man das umrechnet, ich weiß nicht, ob ihr das noch macht, drei Euro, fünf Euro, was auch immer, je nachdem, wie viel Bio und wie viel Körner da drin sind. Wenn man das umrechnet, schildigen wahrscheinlich auch in Mark, ist das unfassbar viel. Also da würde doch eigentlich die Schlussfolgerung darlegen, dass der Euro schuld ist, dass alles teuer ist. Ist natürlich nicht so, aber wäre irgendwie ein wahrer Kern. Und dann sucht man halt einen Schuldigen. Was anderes ist, warum findet die EU tatsächlich keine Lösung für die Migrationskrise? Ist ja schon irgendwie peinlich und könnte ja auch darauf hinweisen, dass die EU überhaupt machtlos ist und gar nichts kann. Oder warum kann man die Pressefreiheit oder unabhängige Justiz in manchen Ländern so einfach mit den Füßen treten, in manchen europäischen, ohne dass die EU scheinbar dagegen etwas aktiv tun kann. Und warum hört man gefühlterweise immer von irgendwelchen seltsamen Vorschriften, die das Leben irgendwie nur mühsamer machen. Aber wo ist der Sinn dahinter? Und da habe ich gleich ein Beispiel und dann höre ich schon auf zu reden, wenn ich darf. Ein Beispiel habe ich mitgebracht, habe ich heute auf ORF online gesehen. Wo ist mein Sohn? Da ist es. EU entscheidet über die Kuh im Burger. Und das ist so einer der Gründe, warum... Was ist das für ein Burger und wie groß ist das Brötchen? Genau, also es geht eigentlich darum, ob Veggie-Burger auch Burger sein dürfen. Ach das! Weil sie eine Sojawurst, eine Wurst sein darf. Und das ist eigentlich ein Streit zwischen Fleischlobbyisten und irgendwie den Veggie-Erfolgreichen, ehrlich gesagt. Und das geht, das zieht sich dann auch in die Milch hinein und darf also quasi Sojamilch, Milch sein und Käse, veganer Käse, sich Käse nennen, etc. Und man sieht aber an diesem Übertitel, das muss so skurril formuliert werden, damit das irgendwie eine Aufmerksamkeit erregt. Und im Inhalt ist dann eh super fachlich und sachlich dargestellt, was jetzt dieser Streit soll. Aber er löst natürlich im ersten Moment so das Gefühl aus, worum kümmert sich die EU da jetzt schon wieder? Und das sind klassische Tricks der Aufmerksamkeitsgenerierung. Und dann höre ich jetzt wirklich auf. Also die Politik und die Medien, die brauchen halt irgendwie Skandalöses oder Humorvolles oder in irgendeiner Form Attraktives, das Aufmerksamkeit generiert, weil es ist halt schlicht und einfach ihre Währung. Aber das schadet eigentlich. Ich meine, es ist saulustig. Das werden wir heute wahrscheinlich auch noch ein paar Beispiele hören. Denn deswegen bin ich zumindest hier. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich wollte lustige Beispiele hören. Aber das ist natürlich eigentlich auch ein Riesenproblem, weil es automatisch immer mittransportiert diese, da haben wir sie wieder, die lustige Gurkentruppe da in Brüssel. Die bringen nichts zusammen. Da geht ja nichts vorwärts. Die diskutieren nur über Scheiß. Und anstatt, dass sie sich mal um die echten Probleme kümmern. Und selbst ich, der ich wieder mal derjenige bin, der am wenigsten Ahnung hat, weiß, dass das so einfach nicht stimmt. Alexa, ja, genau. Ja, ich würde gerne noch was ergänzen oder vielmehr so eine Art Meta-Ebene noch reinbringen. Also was man ganz viel hat bei diesen Missverständnissen und Vorurteilen und Falschmeldungen in Bezug auf die EU, ist so ein Widerstreit zwischen so einem europäischen Wir-Gefühl und aber auch einer nationalen Identität. Also wenn man mal anschaut, was das für Geschichten sind, dann geht es oft darum, dass so die Alltagskultur in dem jeweiligen Land, so hat man das Gefühl, von der EU irgendwie untergebuttert werden soll, dass alles über einen Kamm geschoren werden soll, dass man irgendwie so seine nationale Identität verlieren könnte und seine Kultur. Und das macht vielen Menschen Angst und es ist ja nun mal so, dass ein Teil, sagen wir mal so, der Entscheidungsfreiheit durchaus von den Ländern, also von den Mitgliedstaaten, an gemeinsame Behörden abgegeben wurde, damit man eben gemeinsam Entscheidungen treffen kann. Und das kann natürlich manchen Menschen auch Angst machen, wenn sie dann das Gefühl haben, das, was sie so im Alltag erleben, wird ihnen von irgendwoher, was man nicht so genau erkennen kann von irgendeiner EU, die so ein bisschen diffus ist, so oktruiert und da kann man irgendwie gar nichts dagegen machen. Und insofern sind diese ganzen Ressentiments, die dahinter stecken, erst mal durchaus menschlich, aber sie sind halt oft, oder sie resultieren halt oft aus Missverständnissen, weil man sich ja auch vor allen Dingen erst mal klar machen muss, dass diese Bestimmungen, die alle so kurios sind und witzig und über die wir alle lachen oder über die wir uns aufregen, die kommen ja nicht von, oder oft nicht von der EU, sondern die kommen aus den Mitgliedstaaten. Das heißt also, irgendein Staat überlegt sich, wir müssen jetzt das und das mal angehen, das Problem irgendwie regeln und dann wird das eben gemeinsam diskutiert. Und dann muss es wieder zurückgegeben werden an die Mitgliedstaaten und dann wird es dann nochmal diskutiert, bis es dann irgendwie umgesetzt wird. Das heißt also, das ist ein Prozess, an dem alle irgendwie mitwirken und an dem wir europäischen Bürger auch mitwirken können. Das heißt, wir sind da nicht irgendwelche unbeteiligten Opfer, sondern wir haben die Möglichkeit, da mitzumachen. Aber dieses Missverständnis, was dem zugrunde liegt, das ist erstmal zumindest nachvollziehbar auf so einer menschlichen Ebene. Ja, und dass je mehr Demokratie, also je mehr Menschen in eine Demokratie hineingebacken werden, um zusammen zu entscheiden, desto schmerzhafter scheint mein Eindruck zu sein, muss ein Kompromiss sein, der alle zufrieden stellt. Ich muss ganz kurz auf den Chat eingehen und zwar als erstes Mal die wichtigsten Sachen zuerst, bevor wir dann vielleicht mal zu ein paar Beispielen kommen. Kaspar David Niedlich schreibt, wenn Alexa und Alexander jetzt getrennt sind, wer behält die Katze? Die werden aufgetreiten. Das ist ein im besten Sinne salomonisches Urteil, wenn ich da mal ganz kurz biblisch werden darf. Wir haben ja auch zwei davon. Dann Simonius81 schreibt, übernehmen die Ösis eigentlich jetzt das Ferngespräch? Das ist auch eine berechtigte Frage. Darüber dürfen wir so offen jetzt nicht sprechen. Da war es unterschrieben. Wir können uns auch einfach zusammenschließen, das hat schon immer gut funktioniert. Ja, das war immer schon gut. Außerdem haben wir das in Brüssel so entschieden, da haben wir gar nicht funktioniert. Und jetzt geht es schon wieder los. Dann Blue Fenris zum Beispiel. Butter ist doch ein tolles Stichwort. Was ist mit den riesigen Butterbergen, die subventioniert werden? Gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Die Briten wollten, dass nur noch Fruchtaufstriche aus Zitrusfrüchten Marmelade heißen. Das könnte man doch wieder... Das ist doch richtig so. Hey, das könnten wir jetzt machen. Die im Chat sagen was und wir sagen einfach nur falsch. Das ist im Kern ja auch richtig, weil Marmelade aus Zitrusfrüchten ist. Das andere ist Konfitüre. Aber für den Endverbraucher in der EU hat man sich dann darauf geeinigt, dass im Laden wieder Marmelade stehen muss. Damit man aber im Binnenmarkt die richtigen Waren handelt, gab es tatsächlich die Überlegung zu sagen, alles das, was mit Zitrusfrüchten ist, ist Marmelade und das andere ist eben Konfitüre. Alexander. Entschuldige. Nee, bitte gerne, aber ich muss dich das jetzt fragen. Warum weißt du das? Weil ich mich intensiv auf diese Sendung vorbereitet habe. Diesmal bereitest du dich vor mit so einem Scheiß? Wenn er die Kamera abdreht, liest er sich solche Sachen durch. Okay, lasst uns das zuerst mal aus dem Weg bringen, diese Geschichte, die ich auch nicht anders, ich konnte nicht umhin, als sie in der Vorschau zu zitieren, die Gurke. Wer von euch ist denn der oder diejenige, der Holm-Gero-Gurkler? Holm-Gurke-Rumler. Nachdem ich schon alle möglichen Bemerkungen über Essen in den letzten Tagen gehört habe. Nein, ich meine, also das ist eine Sache, die eigentlich nicht ursprünglich auf die EU zurückgeht. Das ist letztlich einfach ein Wunsch des Handels, dass Gurken möglichst gerade sind. Aus dem einfachen Grund, wenn man Gurken in Spanien produziert und die in Deutschland verkauft, müssen die transportiert werden. Und wenn man gerade Gurken transportiert, kann man die schön dicht zusammenpacken. Wenn man sehr viel krumme Gurken transportiert, dann braucht man doppelt so große Kisten dafür und am Ende doppelt so viele LKWs, die jetzt nicht ganz doppelt so viel, aber erheblich mehr Treibstoff verbrauchen. Und das wäre jetzt weder ökonomisch noch für die Umwelt sonderlich gut. Deswegen versucht man Gurken, die direkt in den Handel kommen, möglichst gerade zu haben. Und da ist eben in der EU für den gemeinsamen Binnenmarkt und das also schon zurückgehend in Zeiten, als es noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hieß, das Bestreben gibt, Dinge eben möglichst zu standardisieren. Gibt es eben eine Regelung, nach der man versuchen sollte, Gurken möglichst gerade zu züchten und ansonsten die geraden Gurken halt direkt in den Handel bringt oder in den Handel bringt normal und das, was krumm ist, halt irgendwie vor Ort möglichst verwertet. Seit 2009 ist allerdings die Gurken-Krümmungsregel abgeschafft. Also das gibt es momentan gar nicht. Ach, das ist schon praktisch. Aber es ist, also irgendwas ist jetzt, ich dachte, ich wäre jetzt dieses Jahr noch, aber es ist tatsächlich, es ist kein, also es ist aktuell, es ist definitiv keine Vorschrift mehr, aber da der Handel das so haben will, macht man es trotzdem. Gibt es die einfach immer noch. Es gibt im Handel, ist diese Kategorisierung üblich, aber sie ist nicht mehr per EU-Verordnung vorgeschrieben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Aufhebung 2009 dieser Gurken-Krümmungs-Verordnung im formalen, exakten Namenverordnung Nummer 167788EWG zur Festsetzung von Qualitätsnormen für Gurken, wir wollen da korrekt sein. Bitte, ja. Sind es diese Details, wo ich im Vorgespräch gesagt habe, lass die bitte weg? Ich glaube schon. Mehr davon bitte, ja. Ich habe gelogen. Das war, als Alexander gerade weg war. Das stieß auf großen Widerstand der Mitgliedstaaten und der Wirtschaft, als das abgeschafft wurde. Das ist genau andersrum, als es so im kollektiven Bewusstsein drinnen ist. Die meisten Leute glauben, die EU beschließt da Reglementierungen. Die Staaten wollen das ja gar nicht und die Wirtschaft auch nicht, aber es ist genau umgekehrt. Die EU hat es abgeschafft und Staaten und Wirtschaft wollten es behalten. Was mich interessiert, wobei die Wirtschaft es ganz normal sowieso behalten hat, auch ohne Vorschrift. Richtig, weil es hat auch so nachgefragt. Dann ist es halt so, Martin? Was mich interessieren würde, ist, kann ich die Krümmung der Gurke eigentlich beeinflussen? Also mich würde interessieren, haben dann bis 2009 hat die Durchschnittskrümmung der Gurke dann eigentlich abgenommen, weil ich sie dann teurer verkaufen kann oder hat es eh nichts beeinflusst und es war nur ein anderes Gütesiegel drauf? Oder schmeißt man dann tatsächlich alle krummen Gurken weg? Was ja auch völlig irre wäre. Die werden wahrscheinlich als Zutaten für irgendwelche Weiterproduktionen benutzt. Also wir haben schon gehört. Man hat sie normal verkaufen dürfen. Sie waren ja nur nicht mehr diese oberste Güterklasse. Aber ich frage mich, kann ich nicht einfach, ich meine, wenn ich mir jetzt blöd vorstelle, aber wenn ich ein Stecken auf die Gurke bin, dann wird es ja gerade. Hat man da was gemacht oder hat man einfach weiter die krummen und nicht krummen Gurken produziert und einfach gesagt, die sind jetzt besser? Du bist doch der genetische Gast. Oder ich weiß, genetisch könnte man das lösen. Aber ich frage mich, hat es dann aktive Bemühungen gegeben, die Gurken weniger krummen zu bekommen? Wir brauchen einen Antworten. Wir hätten für diesen Talk einen Gurkenbauern gebraucht, weil ich sehe schon, wir reden ja jetzt eh schon seit 15 Minuten über diesen Quatsch. Der den Gurkenhilfswachs starb nach, wie hieß die Verordnung? 268? Also ich möchte auch hinzufügen, nachdem ja schon bemerkt worden ist, dass wir heute so einen großen Österreicher-Anteil haben. Wir in Österreich, bitte sehr, hatten die Gurkenkrümmungsverordnung seit 1967. Und da waren wir noch lang nicht in der EU. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland jemandem aufgefallen ist irgendwann mal, aber Österreich ist ja der EU beigetreten. Tatsächlich? Ich wollte jetzt, als du den Satz anfängst, dachte ich gerade, du sagst, also wir haben die Gurkenkrümmungsregelung, die hatten wir schon vorher. Ich weiß nicht, ob das jemandem von euch aufgefallen ist. Da habe ich gedacht, in was für einem Land lebt er, dass er jetzt wirklich denkt, uns in Deutschland wäre aufgefallen, dass sie seit 1967 eine Gurkenregel haben. Ist uns nicht aufgefallen. Gott sei Dank ging der Satz weiter und ich glaube, die Stelle schneiden wir aus. Gut, jetzt können wir die Gurken hinter uns bringen. Ja, ich wollte noch gerade sagen, darum kann man wieder das festmachen, was Alexa ja gerade eingangs schon gesagt hat. Wir haben den Eindruck, hier will einer was regeln, was wir alle nicht wollen und tatsächlich ist es eher umgedreht. Das sind sinnvolle Regelungen, aber weil wir befürchten, uns wird was weggenommen oder liebgewonnen, es wird verändert, genau wie bei den vegetarischen oder veganen Produkten. Das sind ja Einflüsse, die jetzt nicht in Brüssel, also sie sitzen da ja nicht und spielen Karten abends und dann sagen, komm, lass mal was zu vegetarischen Schnitzeln machen, sondern Nana hat es ja so im Halbsatz schon gesagt, es ist natürlich eine Lobby, die da Politik versucht zu machen, die sagt, dass wenn Schnitzel ist, nur wenn das Tier tot ist und das hat ja nichts mit damit zu tun, dass wir zu blöd sind, das zu unterscheiden im Supermarkt, sondern es geht darum, Produkte vom Markt zu drängen. Es war ja auch vor zehn Jahren war es ja noch skandalös, dass irgendwie Analogkäse verkauft wird und inzwischen heißt das Veganer Käse und ist was ganz Tolles. Also wir könnten von den Gurken relativ direkt zu den Klose-Klobrillen übergehen, oder? Ja, denn Ale Thuni schreibt hier auch gerade Hihi, wie sie an dem Thema rumgurken. Ich glaube, das wäre ein Moment, um den Absprung zu schaffen und zwar mit dem Beitrag von Clubby. Es kommt darauf an, wie man die Gurke pflanzt. Wenn die Gurken auf dem Boden liegend wachsen, werden sie eher krumm. Wenn sie hängend wachsen, werden sie eher gerade, Martin Moda. Gurkenbauern unter uns. Ja, wir haben alles. Weil die Salatgurke an sich, glaube ich, auch schon so gezüchtet ist, dass sie relativ lang und gerade ist. Jetzt bin ich natürlich schuld, dass wir wieder bei den Gurken gelandet sind. Wir werden schon längst vor den Klobrillen sein können. Ja genau, bitte, lasst uns entgurk dich. Wieso? Wer hat jetzt gerade Klobrillen gesagt? Holm. Ich. Holm. Warum fühltest du sich verpflichtet, das zu sagen? Weil das auch so ein Klassiker ist, die eine europäische Regelung zur Größe von Klobrillen, die vollkommen sinnvoll ist. Also vorher gab es das als DIN-Norm, weil natürlich, wenn jemand in Deutschland Klobrillen herstellt und die in Italien nicht auf die Kloschüsseln passen, hat er im gemeinsamen Markt ein Problem. Dann wäre das ein Importhindernis. Insofern hat man sich darauf geeinigt, dass die Toilettenschüsseln und Toilettenbrillen halt in Europa alle irgendwie gleich groß sind. Siehst du? Und da kommen wir zu Nana zurück. Du hast ja gesagt, die Leute suchen sich etwas und das wird dann emotionalisiert. Also man sucht sich etwas, was man emotionalisieren kann, wenn man sagt, jetzt kümmern sie sich schon um die Klobrillen und es ist total sinnvoll, sich um Klobrillen zu kümmern. Hat man früher vielleicht einen größeren Hintern mit einem passenderen Klobrillennachschub versorgen können und heute geht das nicht mehr. Die sind alle standardisiert mittelgroß. Nein, die waren aber vorher auch standardisiert. Die waren halt nur in den einzelnen Ländern standardisiert. Aber vielleicht in verschiedenen Größen. Ich weiß nicht, wie groß französische Hintern sind. Ich habe, ob da Unterschiede sind. Aber da sich ja sowieso alles, was ich übrigens sehr gut finde, so gemütlich durcheinander mischt, immer weiter, kann ich mir, ich weiß nicht, glaube nicht. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, wenn ich in Deutschland Klobrillen herstelle und Italiener die kaufen können. Also vor allen Dingen für die deutsche Seite des Ferngespräches und auch für die deutsche Sicht sowieso super sinnvoll, weil wir sind ja dieser oft zitierte Exportweltmeister und da macht es halt total Sinn, dass der Kram, den wir produzieren, irgendwo anders auch gekauft wird. Und wenn wir uns eben nicht darauf einigen, was irgendwo anders benötigt wird, dann wird das halt auch schwierig mit dem Export. Also auch das ist etwas, was verkannt wird mit EU-Regeln. Erleichtern wir ja auch unsere Wirtschaft weiter Gewinn zu machen und eben auch Dinge zu verkaufen. Und das tut ja dann auch wieder der Gemeinschaft gut. Also insofern sollte man nicht immer darüber diskutieren, ob jetzt irgendwas genormt oder geregelt wird, sondern das ist eben ganz, ganz wichtig. Und umgedreht wollen wir ja auch Dinge einkaufen, die wir vielleicht selber nicht produzieren können, die wir dann auch hier verwenden können. Und klar ist Klobrillen ein sehr griffiges Beispiel, aber es geht natürlich um viele, viele andere Produkte, auch bei denen das natürlich super Sinn war. Also wenn man sich ansieht, warum die EU so viele Verordnungen erlässt, dann muss man sich auch fragen, was macht die EU eigentlich wirklich? Und wo kommt sie her, dass sie solche Dinge tut? Und sie ist nun mal ein ursprünglicher Wirtschaftsverband, der aus den Gründen der Friedensgewinnung durch wirtschaftliche Verflechtung entstanden ist. Und das ist immer noch im Kern der EU drinnen. Egal wie sehr man sich irgendwie soziale gemeinsame Regeln wünscht oder andere Themen hineinbringen will, im Kern ist es ein Wirtschaftsverbund von 27 Ländern und die arbeiten daran, gemeinsame Verorderungen und Harmonisierungen von Rechtsvorschriften zu entwickeln, wie es so schön heißt, auf das eben leichter und besser gewirtschaftet werden kann. Das ist immer noch im Kern drin. Und das ist ja auch das Erfolgere, also ich meine, das ist ja wahnsinnig erfolgreich. Die Friedenssicherung durch Freihandel hat wunderbar funktioniert und zwar schon in Zeiten der EWG. Holm, es wurde kurz im Chat gefragt, ob du denn das richtige Mikro benutzt. Kannst du mal an dein tolles Mikro klopfen? Ah, okay. Dann rutsch es mal näher ran an dein Gesicht. Bitte. Danke. Dann klingst du besser. So, klinge ich jetzt besser. Ja, und siehst jetzt auch gleich viel besser aus. Nein, es klingt jetzt viel besser. Vielen Dank. Wundern, aber gut, ja. Nana, nochmal zurück zu dem allerersten, was du gesagt hast. Es war ursprünglich die Bestrebung durch Wirtschaft Frieden zu sichern. Wir haben die Union für Kohle und Stahl, die Montanunion in den 50er Jahren initiiert. Daraus ist der europäische Wirtschaftsraum entstanden, daraus die EEG, europäische Gemeinschaft und später erst die EU. Und im Kern der Überlegung stand das berühmte, also warum feiern wir Europatag 9. Mai, das berühmte Schriftwerk von Schumann, in dem er eben diese Idee einführt und die wurde dann auch umgesetzt, dass man den Frieden sichert durch wirtschaftliche Verflechnung in Europa. Genau. Also man muss sich ja vor Augen führen, es gab natürlich schon im europäischen Raum vorher Bündnisse, aber das waren halt Staatenbündnisse, die eigentlich vor dem Hintergrund einer jeweils anders gelagerten Kriegsgefahr geschlossen wurden. Und in einer Zeit, wo wir eben zwei Weltkriege hatten und sozusagen mehr oder weniger Krieg so etwas wie ein Normalzustand gewesen ist, hat man natürlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg und nach ausgerechnet Churchills Aufruf oder Ruf nach Vereinigten Staaten von Europa dann Bestrebungen eben durch solche wirtschaftlichen Verflechtungen Frieden zu sichern. Und das ist ein so radikaler Ansatz im Gegenteil, also im Gegensatz zu dem, was vorher gewesen ist, das muss man sich erstmal klar machen. Also Staaten, die wirklich nur Bündnisse geschlossen haben, um dann jeweils irgendwie gegen die andere Gruppe Krieg führen zu können oder zu müssen oder anderen beispringen zu müssen, wenn sie angegriffen werden. Und dann zu sagen, so wir arbeiten jetzt zumindest erstmal wirtschaftlich alle zusammen und arbeiten da an einem gemeinsamen Prozess, das finde ich ein ganz großartiger Ansatz und war wirklich ein absolutes Novum im Prinzip. Und ist ja auch nicht wegen der Idee an sich nur gemacht worden, sondern weil es allen was gebracht hat. Oh ja. Ja, das vergisst man oft. Also in Florian zum Beispiel hat es eine sehr schöne Fahne gebracht. Ja, ich habe mich sehr bemüht, die aufzuhängen. Ja, kennt sie. Allerdings muss ich sagen, ich habe sie festgemacht an den Büchern, die ich da im Hintergrund stehen habe. Und das eine tragende Buch dieser Fahne ist das Necronomicon von H.P. Lovecraft. Sehr gut. Ob das jetzt symbolisch, ach, ihr könnt das auslegen, wie ihr wollt. Übrigens, eins der mit Abstand schönsten YouTube-Videos, die ich jemals gesehen habe, war irgendein, ich glaube, es war ein Rechtsextremer, der versucht hat, die EU-Flagge anzuzünden, die aber nicht gebrannt hat, aufgrund der EU-Normen, die das verhindern. Sehr schön. Das ist auch das Sieger-Comic unseres EU-Missbuster-Wettbewerbs 2017. Oh, wie schön. Das ist der Hammer. Wer von euch kennt die Karamellbonbon-Verordnung? Das würde mich jetzt interessieren. Nur dem Namen nach. Ich. Du kennst die. Sehr schön. Das ist auch so eine schöne Geschichte, weil wir gerade über Handel gesprochen haben. Das schwirrt in unterschiedlichen Formen als Zitat herum. Das Vaterunser hat 56 Wörter, die zehn Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300. Aber eine Verordnung der EWG-Kommission über den Import von Karamellen und Karamellprodukten zieht sich über 26.911 Wörter hin. Und Franz Josef Strauß hat das in ganz ähnlicher Form auch mal verbreitet. Gibt es unterschiedliche Quellen dafür. Und das Tolle für mich daran ist, diese Karamellbonbon-Verordnung, die gibt es nicht und es gab sie einfach nie. Was? Es gibt keine solche Verordnung. Nein. Das ist etwas ungewöhnlich, weil die meisten EU-Mythen haben, wie Nana schon gesagt hat, doch irgendwie einen wahren Kern. Und diese Karamellbonbon-Verordnung, die ich echt schon öfter gehört habe, die ist einfach vollkommener Unsinn. Okay. Dafür ist die Story rundherum einfach so gut, dass sie sich, glaube ich, trotzdem verbreitet. Ja. Womit wir wieder bei Fake News wären. Ja. Mann, ey. Aber ich vermute mal, das wird sich einfach irgendein Politiker schnell aus den Fingern gesogen haben, weil er irgendwas sagen wollte. Das wirklich Traurige ist, dass die anderen Zahlen auch nicht wirklich stimmen. Also die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. 300 ist ein bisschen knapp, oder? Ich habe die ganze Zeit so gerechnet, aber ich habe gedacht, da bin ich nicht. Ja, siehst du, du bist einer, der dann anfängt zu rechnen. Die meisten Leute tun das nicht. Lieblich. Ja, dabei wäre, Alexander, es wundert mich, weil im Fall zum Beispiel von Kameras ein- und ausschalten, ist es ja nur 0 und 1. Das hätte dir eigentlich leicht fallen können. Aber jetzt ächelst du die Worte der Unabhängigkeitserklärung auch. Das ist so mit hochbegabten Menschen, die sind von einfachen Dingen einfach überfordert. Wen meinst du damit? Gut. Weiß ich nicht. Mich würde ernsthaft die Haltung der Runde interessieren, sagt der Halbjurist. Kann man nämlich lange drüber diskutieren? Über was jetzt? Über die EU? Oder habe ich irgendwas verpasst? Über Kameras. Über Kameras? Nee, ich bin überzeugt. Für Kameras. Voll überzeugt. Für Kameras und überall, weil ich ja aus München komme, wir haben überall Kameras. Nein, ich bin voll mega überzeugt, Europäer. Absolut. Und ich finde, das darf sich alles gerne noch viel mehr vermischen. Ich bin relativ extrem in dieser Richtung. Ich finde, je mehr sich alles gegenseitig befruchtet, desto besser lernen wir alle miteinander klarzukommen. Das ist meine Haltung. Möchte noch irgendjemand seine Meinung nach? Also warum denn auch nicht? Ist nicht so. Nee? Dann fang du mal an. Ja, ist ja völlig legitim. Ich kann ja auch von hier die Kameras abschalten. Erzähl mal. Nee, sag mal. Nee, also grundsätzlich, grundsätzlich, ich habe da mal mit einem Europaabgeordneten darüber gesprochen, der mir dann sagte, ja, das Subsidiaritätsprinzip, wenn wir damit ankommen, dann rollen die immer schon die Augen, die Deutschen und ihr Subsidiaritätsprinzip. Was ist denn das? Die grundsätzliche Idee des Subsidiaritätsprinzips ist, wenn man etwas auf einer kleinen Ebene für wenige Leute entscheiden kann, sollte man es nicht auf einer großen Ebene für viele Leute entscheiden. Sprich, das, was der Bürgermeister organisiert kriegt, muss ich nicht in Brüssel organisieren und auch nicht in Berlin oder in München oder Giesbaden. Warum widerspricht das jetzt, was ich gesagt habe? Naja, also wir haben schon, glaube ich, schon eine gewisse Tendenz, dass wir Dinge auf die europäische Ebene verlagert haben über die letzten Jahrzehnte, die man da nicht unbedingt haben muss und dann kann man über jedes einzelne Thema natürlich dann wieder streiten. Also das meinte ich damit auf jeden Fall nicht, aber gut, ja. Aber das heißt, du machst das eher an einzelnen Bereichen fest, ohne aber die EU als Ganzes in Frage zu stellen. Selbstverständlich. Nein, ich will nicht die EU als Ganzes in Frage stellen. Ja, aber das ist genau der entscheidende Punkt, glaube ich, weil was du gesagt hast, würde ich unterschreiben. Natürlich ist es bei manchen Themen schwierig zu sagen, ob die jetzt wirklich am effizientesten auf europäischer Ebene oder auf anderer Ebene behandelt werden können. Und ich bin sicher, ich bin kein Experte, aber es gibt garantiert Themen, die momentan nicht auf der richtigen Ebene wohnen, sondern die man irgendwie auf eine andere Ebene heben könnte. Aber das ist für mich jetzt eher eine technische Frage und keine grundsätzliche. Aber sagen wir es mal so, das, was ich gerade als Statement abgegeben habe, hatte in meinem Hirn zumindest damit gar nichts zu tun. Ich verstehe aber, warum das bei dir verknüpft ist. Genau. Also ich glaube, wir wären uns wahrscheinlich eh alle einig, wenn wir darauf kommen, dass nicht jede einzelne Sache, die die EU reguliert, so reguliert sein sollte oder auf EU-Ebene reguliert sein muss. Aber ich glaube, jetzt war mal die generelle Frage, ob wir alle eher Freunde der EU sind oder nicht. Gut. und nicht, aber also... Da soll man sich die Frage stellen, welche Themen überhaupt in der EU behandelt werden und wie das entschieden wird, dass sie dort behandelt werden. Da kommen wir sehr gleich drauf. Das wiederum ist nicht die EU. Aber tatsächlich will ich die Frage aus dem Chat gerne beantwortet wissen. Also Holm, du bist dafür, aber nicht so. Naja gut, also ich sage mal, es gibt ja auch noch zwei grundsätzliche Stoßrichtungen, wo sich das Ganze eigentlich jetzt hin entwickeln soll. Wollen wir das, was jetzt da ist, immer stärker integrieren oder wollen wir vielleicht eher die Strukturen eher aufweiten und mehr Länder aufnehmen, was fast zwangsläufig dazu führen wird, dass man denen nicht allen sagen werden kann, ihr werdet jetzt den Euro einführen und dem Schengener Abkommen gleich beitreten. Ja, so kann ich absolut nachvollziehen. Und da stehe ich dann auf dem Standpunkt, wenn eine EU, die in ersten Jahren Wirtschaftsbündnis ist, so genial gut im Friedensichern war, dann könnte man sie ja auch dahin erweitern, als Wirtschaftsbündnis, wo man Frieden sichern muss. Also beispielsweise weiter Richtung Osten möglicherweise auch auf die andere Seite des Mittelmeers. Das ist mit dem Ziel einer von vereinigten Staaten, von Europa, aber schwer zu vereinbaren. Das ist so ein bisschen das Symbolie. Ich sehe schon. Du denkst einfach zu komplex für meine einfachen Fragen. Alexa? Also wenn man es jetzt wirklich auf die europäische Idee bezieht, einer europäischen Zusammenarbeit, einer Gemeinschaft aus verschiedenen Mitgliedstaaten, dann sage ich aber sowas von ja, Europa oder EU for the win. Aber man muss natürlich auch wirklich die Details betrachten und auch ganz ehrlich mit eventuellen Problemen umgehen, weil ich finde, Transparenz und Ehrlichkeit macht auch eine bessere Überzeugungsarbeit letzten Endes und wird auch sicherlich mehr EU-Bürger abholen und mit einbeziehen. Also ich denke schon, dass wir eine bessere Kommunikation betreiben sollten. Definitiv. Und man muss natürlich irgendwie, was Holm gerade gesagt hat, auch mit einbeziehen. Also geopolitische Interessen und auch Entwicklungen, die sich jetzt vielleicht absehen lassen, mit einkalkulieren. Also das Ganze ist auf jeden Fall ein wahnsinnig komplexes Gebilde. Aber ich habe einen heiden Respekt davor, wie das in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten funktioniert hat. Denn überhaupt die Vorstellung, so viele Mitgliedstaaten unter einen Hut zu kriegen und so viele Erfolge auch zu erzielen. Also wir haben ja jetzt ganz viel über Kurioses gesprochen, aber es gibt halt auch einfach Erfolge und auch viele Länder, die sich dem anschließen möchten und das vielleicht gar nicht mal alleine aus finanziellen Interessen, sondern auch, weil sie tatsächlich eine stärkere Anbindung an die westliche Gemeinschaft sich wünschen, dass das einfach eine ganz großartige Leistung ist. Dass man da natürlich immer Probleme hat und dass weder unsere Demokratie hier in Deutschland perfekt ist, noch die Demokratie auf EU-Ebene sei mal dahingestellt. Das ist sonnenklar. Aber ansonsten Europa, go, go, go. Was sagt denn der Ehepartner dazu? Ich sehe das recht ähnlich. Das freut mich sehr zu hören. Um einen Punkt noch aufzugreifen, der den Nana schon einmal kurz angerissen hat, das mit dem Geld, das wird alles teurer und solche Dinge. Was, glaube ich, ganz oft vergessen wird in dieser Diskussion, ist, dass wir alle, wie wir hier sitzen, die zweitstärkste Währung der Welt im Moment in unseren Hosentaschen oder auf unseren Konten haben. Das war, als wir in Deutschland die D-Mark hatten, nicht so. Die war auch eine starke Währung, aber eben nicht die zweitstärkste Währung. Das ist etwas, was ja einen hohen Stabilitätsfaktor für ganz Europa geliefert hat. Also das ist sicherlich ein Gewinn. Und dass jetzt eben eine Tüte Gummibärchen mehr kostet als vor zehn Jahren, ist nicht verwunderlich. Das war auch schon zu Zeiten der D-Mark so, dass es eine Teuerungsrate gab und die Sachen werden teurer. Umgedreht, wenn man mal schaut, was heute Elektronik kostet, wenn man das runterrechnet, ist das zum Teil billiger geworden. Also das muss man auch mal erwähnen. Und ich bin aber dann auch bei Holm bei diesem komplexeren Gedanken, dass man natürlich sagt, okay, wir haben jetzt, das Kernland Europa hat sich zusammengefunden, was gut ist. Wir haben Frieden. Die Grenzen sind offen. Schengener Abkommen, ich habe das schon mal in einer anderen Sendung gesagt, ich finde das einfach großartig, ohne Pass durch die Gegend zu fahren, wo ich gerade hin will, ohne was überlegen zu müssen. Moment ein ganz, ganz schlechtes Thema. Ja, das wird ja, als Podcast bleibt das ja über Jahrzehnte. Sehr gut. Bis zur Auflösung der EU wird das noch da sein. Dann lösche ich es aber. Dann geht es gut. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch keine Festplatten mehr. Und interessant ist ja eben genau die Debatten. Also wer will jetzt alles mitspielen mit der EU? Also Länder, die jetzt sagen, wir würden da gerne dabei sein. Das spricht ja eher dafür, dass das ein Erfolgsmodell ist. Also wir haben Länder, die sagen, nee, wollen wir nicht mehr. Und wir werden sicherlich, glaube ich, heute noch Großbritannien streifen müssen, wenn wir darüber reden. Und wenn man da jetzt die Konsequenzen sieht und es gibt auch psychologische Studien, da kann ich nochmal ein bisschen reinschauen und das nachher zitieren. Das geht den Briten nicht gut, unabhängig davon, ob sie dafür oder dagegen waren, auszutreten. Die Realität ist jetzt, dass es passiert ist. Und das macht ganz viel. Und umgesetzt gibt es andere Länder, die scharren mit den Hufen und würden gerne dabei sein und mitspielen, weil sie ganz klar die Vorteile für sich sehen. Und wir müssen, auch das hast du angesprochen, Nana, dann höre ich auch auf zu reden, natürlich dann auch unsere Verantwortung jetzt wahrnehmen, wenn Länder anfangen auszuscheren und sagen, ja, so ganz Demokratie wollen wir nicht. Also die Vorteile schon, aber so Pflichten, Menschenrechte und so, da müssen wir natürlich auch uns klar positionieren. Das heißt, ich bin pro EU, ich finde den Euro gut und ich finde, dass wir gemeinsam Frieden und Demokratie und Freiheit vor allen Dingen auch diskutieren müssen. Und Holm, ich finde das ganz spannend, was du auf der EU-Ebene gerade angesprochen hast, ist gerade genau zum derzeitigen Standpunkt die Debatte, die wir in Deutschland haben. Föderalismus, Parlamente gegen Regierungsentscheidung. Das ist genau das, was wir ja gerade diskutieren. Soll jetzt nicht der Bundestag langsam wieder das Geschäft übernehmen und diese ganzen Notstandsregelungen, das muss jetzt auch wieder diskutiert werden. Ich bin da ganz unschlüssig, ich verstehe beide Seiten und das ist genau das, was du ja gerade angesprochen hast, wenn es um die EU geht. Und das ist aber der urdemokratische Prozess, darüber zu diskutieren und zu sagen, wer regelt denn was, wo wird was geregelt, das zu thematisieren, offen und frei, das ist Demokratie. Und ich finde das eigentlich ganz wunderbar, dass man sich darüber streiten kann. Definitiv. Martin. Ja, ich bin sicher, es gibt sehr viele kleine Dinge, über die man sich im Detail aufregen kann und wenn man möchte, kann man da jetzt eine volle Aufmerksamkeit auf die lenken. Aber ich finde schon, wenn man das in seiner Gesamtheit betrachtet, wenn man jetzt sagt, Friedenssicherung durch wirtschaftliche Verflechtungen etc. und vielleicht die Möglichkeit und die Notwendigkeit, sich irgendwann mal mehr oder weniger wirtschaftlich von den USA emanzipieren zu können, dann brauchst du eine starke Zusammenarbeit. Und ich, also in meinen Augen ist die einzige, glaube ich, politische Position, hinter die ich mich wirklich stellen würde, ist zu sagen, dass es besser ist für uns, wenn Europa stark ist und geeint und ich glaube sogar auch für die Welt. Da hast du gemerkt, diese Pause jetzt, diese bedeutsame. Ich hätte einen Jingle einspielen sollen, aber ich hatte keinen Star. Hast du aber schön gesagt. Dann bis zum nächsten Mal. Hast du nicht mal deinen Gewuppknopf da, ne? Ja, aber der Gewuppknopf passt ja jetzt nicht. Da hätte er jetzt nicht gepasst. Aber ich mache mir noch einen neuen für den Jingle. Nana? Ja, gemeinsam an gemeinsamen Problemen arbeiten, ja. EU, ganz klar, oder sagen wir mal so, gemeinsames Europa, ja. Genau, das ist unser schönes Europaherz, das Logo von Europe United. Aber die EU ist kein Garten Eden und kein fertiges Etwas. Die EU ist ein Prozess und ich denke, wir dürfen diese großen Visionen wie Menschenrechte, Demokratie, Säkularität, Rechtsstaatlichkeit, nie außer Acht lassen, als Idealpunkte, auf die wir hin zielen. Und es gibt immer Dinge zum Bessermachen und dieser ganze Prozess, sämtliche Staaten, zumindest alleine, was diese Grundprinzipien betrifft, auch schon mal zu optimieren, zu verbessern oder ihnen bei diversen Schwierigkeiten zur Seite zu stehen, das ist ein Riesending. Zum anderen denke ich mir, dass diese Zielvorstellungen und die Einhaltung derselben auch von den Europäerinnen und Europäern eingefordert werden müssen. Also Europa gibt es ohne uns nicht. Also so toll ich es finde, man kann das nicht der Politik überlassen. Und ja, es ist nie fertig. Also das ist mir eigentlich am wichtigsten zu sagen, dass wir deswegen nicht verzweifeln sollen, weil es immer Dinge gibt, die besser gehen. und ja. Es ist nie fertig. Das ist für mich so furchterregend, dieser Gedanke. Wie der Gedanke an Unendlichkeit, der mich völlig fertig macht, dass ich aufgehört habe, schon als Kind darüber nachzudenken, was unendlich ist. Genauso nervt mich. Es ist etwas nie fertig. Echt? Aber es ist schlimm. Ich finde das im Gegenteil total gut eigentlich, weil das heißt, Ich finde es richtig, aber es nervt mich. Okay. Ich finde es, verstehst du? Es ist anstrengend. Ja. Dankeschön. Genau. Also es ist völlig klar, dass es nie fertig ist. Wie soll auch Regierung jemals fertig sein? Das ist mir völlig klar. Aber es ist für mich ein Stressfaktor, das nie mal gut ist. Weißt du? Die Herausforderungen sind immer andere. Deswegen ist es ja auch nie fertig, weil es ist ja nicht immer gleich. Also jetzt haben wir Covid und davor hatten wir Migrationskrise, davor Wirtschaftskrise etc. Es gibt so viel Neues, an das man sich adaptieren muss und diese Flexibilität. Also das ist einfach dieses, allein die Grundeinstellung, dass wir gemeinsam uns diesen großen gemeinsamen Themen widmen wollen, ist eins. Das andere ist aber auch die Ermächtigung der EU, dass sie in bestimmten Dingen etwas tun darf. Solange es nur eine Wirtschaftsunion ist, darf sie aus Verträgen, wie zum Beispiel Vertrag von Lissabon, nur bestimmte Dinge tun. Wenn wir jetzt wollen, dass sie mehr nicht nur koordinieren, sondern auch irgendwie vereinheitlichend im Zuge von Covid eingreift, dann müsste man sie dazu ermächtigen. Wenn wir wollen, dass mehr soziale Sicherheit generell oder dass bestimmte Dinge angehoben, angeglichen werden, die den sozialen Bereich betreffen, dann müssten wir sie dazu ermächtigen. Wir, meine ich wirklich, wir Bürgerinnen und Bürger müssten dafür eintreten, weil die Politik von allein vielleicht nicht unbedingt auf allen Ebenen und in allen Parteien diese Motivation hat. Außer sie möchte gewählt werden. Naja, wer wählt sie denn, wenn wirklich alle dasselbe verdienen europaweit? das gibt ja Leute, die wollen das vielleicht nicht. Also es gibt hier jemanden im Chat, der hat jetzt gerade zum 1722. Mal eine Frage geschrieben, der Halbjurist, nochmal für Tommi Krabbeis und die Runde, das immer wieder behauptete Demokratiedefizit der EU ist, jetzt kommt seine Behauptung, ein riesiger, gerne von links bemühter EU-Mythos. Nervt mich schon wieder irgendwie, warum nervt mich das? Ich weiß es nicht, vielleicht wegen von links bemühter, das Demokratiedefizit wird doch von allen, also da sind wir doch, da stehen wir ja ausnahmsweise mal wirklich mitten im Huf heißen, das ist ja, also auch die AfD und egal wer sagt doch immer wieder, das ist ja gar nicht demokratisch. Oder sieht das hier irgendjemand anders? Also von links hätte ich mich jetzt auch gewundert. Also zumindest weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Holm? Ja. Also gut, ich glaube, ich glaube, dass jeder, jeder irgendwie ein Problem damit, damit hat, wie viel Einfluss man darauf hat. Aber Punkt eins, also da kommen ja unterschiedliche Dinge zusammen. Wir haben auf der einen Seite, wenn man so eine Riesenstruktur hat mit hunderten Millionen Leuten, die dahinter stehen, dann wird es mit der Demokratie zwangsläufig schwieriger, weil die einzelne Stimme halt immer kleiner wird. Das ist da, wo ich mir meinen Gemeinderatsmitglied greifen kann und sagen kann, hier kümmere dich mal darum, ist das ja per se schon was ganz anderes. Der Europaabgeordnete hat riesige Wahlkreise, so er überhaupt Wahlkreise hat. Dann haben wir diese Struktur mit auf der einen Seite dem Europaparlament, das irgendwie langsam mehr Befugnisse bekommen hat, aber immer noch nicht die Befugnisse hat, die jetzt ein Bundestag oder auch ein Deutscher Landtag hat. Wir haben die EU-Kommission, die inzwischen eine relativ große Bürokratie gebildet hat, die relativ vieles organisiert, aber die eben nicht unmittelbar vom Parlament in der Form kontrolliert wird, wie das auf anderen Ebenen ist. Und wir haben schließlich natürlich immer noch den Rat der einzelnen Länder, also die Ministerräte beziehungsweise die Staatschefs, die sich dann treffen und dann die großen Fragen am Ende doch immer noch mal abstimmen müssen und das zum Teil halt auch immer noch einstimmig. Vielleicht ganz kurz mal zur Größenordnung, weil das fand ich ganz spannend. Es arbeiten 34.000 Menschen in der EU-Kommission. Da sind eben auch eine ganze Menge zeitlich befristeter Vertragsbedienstete dabei. 34.000 klingt viel. Der Frankfurter Flughafen hat 60.000 Beschäftigte. Einfach nur so von der Einordnung, weil man immer denkt, das ist so ein Riesenmoloch. Ja, das sind viele Menschen, aber es ist also auch nicht so ein unfassbarer Apparat. Das hat mich ziemlich beeindruckt, dass es quasi halb so viele Menschen sind, die dort arbeiten als am Frankfurter Flughafen. Ja, aber am Frankfurter Flughafen, die schieben so einen großen Tag Koffer durch die Gäste. Also da sind ganz, ganz viele, ganz niedrig bezahlte... Ja, es geht nicht um Kosten. Es geht nicht um Kosten. Aber da sind ganz viele, ganz einfache Jobs am Frankfurter Flughafen mit dabei. Nochmal, Entschuldige, Holm, auch wenn das dich nervt, kannst du nochmal bei Zoom gucken, ob du die Hintergrundgeräuschabschwächung auf hoch gestellt hast, weil du dumpfst heute irgendwie ein bisschen. Und das ist einfach schade. Schau mal ganz kurz bei Zoom Audioinstellung, schalt nicht die Kamera ab, ob da die Hintergrund... So. Mikrofon... Es ist nichts einständig eingestellt. Hintergrundgeräuschabschwächung oder so heißt das irgendwie. Das heißt... Sehe ich nicht als Auswahl. Das heißt Hintergrundgeräusche unterdrücken und ist unter dem Mikrofonlautstärkeregel. Lautstärke automatisch anpassen und danach müsste noch ein Auswahlfeld kommen, Hintergrundgeräusche unterdrücken. Nee, das kommt bei mir nicht. Okay. Dann, äh... Gut. Also man versteht dich. Es ist nur ein bisschen angedumpft. Und das war die letzten Male, glaube ich, irgendwie besser. Hm. Das klären wir nachher. Ähm. Ich gehe nochmal ein Stück hier zurück in der... Ja, der Halboment. Es ist bei mir innen erweitert irgendwie. Unterdrückt, durchgängige Hintergrundgeräusche automatisch. Und das mache ich auf Deaktivieren dann. Deaktivieren oder schwach? So, ich deaktiviere mal alles. Oh. Oh. Krass. Oh. Das ist, als ob die Sonne aufgeht. Oh, Monsieur. Nein. Oh. Toll. Oh. Gut. Okay. Du hast jetzt Höhenholm. Ich habe Höhen. Das ist schön. Höhen. Gero Hümmler. Gut. Also der Halbjurist schrieb, es war als These gedacht. Gar keine Frage. Und es ist, du musst dich für gar nichts entschuldigen, Halbjurist. Auch, du musst, also es ist alles völlig in Ordnung. Das wurde ja jetzt auch ganz wunderbar diskutiert. Was ich auch noch ganz schön finde bei dem Gedanken, das kann man ja auch nochmal ansprechen. Da sitzen jetzt in Brüssel Menschen aus ganz Europa und reden miteinander. Regelhaft und ständig. Das ist ja auch was Angenehmes. Also wenn man sich trifft und miteinander spricht, das hat ja auch eine Wirkung. Und selbst wenn man sich streitet und über irgendwelche Regelungen diskutiert oder debattiert, man spricht halt gemeinsam miteinander und hat ein Forum. Das ist, ich finde das ist ein angenehmer Gedanke und viele Länder haben das früher nicht getan. Wenn wir uns die deutsch-französische Geschichte anschauen, was sich da nach dem Zweiten Weltkrieg getan hat, alleine das Verhältnis, wie sich das verändert hat, das finde ich sehr, sehr großartig. Und das führt, das kommt auch natürlich, weil man sich jetzt nicht nur auf Staatstreffen regelmäßig trifft, sondern einfach ein gemeinsames Forum hat, in dem man sich ständig begegnet. Und das macht was mit Menschen. Und hier müssen wir auch anerkennen, dass das tatsächlich nicht die gesamte Bevölkerung erreicht. Und wahrscheinlich sind auch unter den Leuten, die uns heute hier zusehen und zuhören, viele, die halt eher jünger sind, eher weltgewandt und aufgeschlossen. Vielleicht Leute, die gern reisen, die all diese Vorteile der Europäischen Union auch wirklich in Anspruch nehmen. Leute, die vielleicht ein Auslandssemester gemacht haben im Studium, irgendwo im Erasmus-Programm oder so etwas. Und wenn man das alles gespürt hat und dadurch sieht, wie toll Europa sein kann, darf man nicht vergessen, dass das natürlich kein Programm für alle ist. Und dass es tatsächlich viele Leute gibt, die die positiven Seiten von Europa einfach nicht spüren. Und da verstehe ich persönlich schon, dass man eine gewisse Ferne fühlt, wenn ich sage, ich fahre ohnehin nicht in andere Länder, vielleicht einmal im Sommer im Urlaub, dann zeige ich halt meinen Pass, ja, ist mir auch egal. Und ich sollte jetzt irgendjemanden wählen bei der Europawahl, ich kenne die alle gar nicht. Und ich habe überhaupt das Gefühl, was ich hier ankreuze, spielt dann nachher ohnehin keine Rolle. Dann ist mir das schon nachvollziehbar. Also auch wenn man sagt, die EU ist demokratisch verfasst und das ist vielleicht ein Mythos, so wie vorhin eingeworfen wurde, dieses Demokratiedefizit. Das mag schon sein, ich widerspreche dem gar nicht. Alles, was ich sage, ist, auch wenn das faktisch vielleicht gar nicht stimmt, ist es ein faktisches Problem, wenn es nicht so erlebt wird. Und wie lösen wir das? Das war eigentlich genau der Punkt, den ich am Anfang auch angesprochen haben wollte. Also diese Ressentiments, die sind auch wirklich teilweise nachvollziehbar. Und merkwürdigerweise ähneln die sehr gewissen Vorurteilen, die manche Bürger hier in Deutschland gegenüber der Demokratie, also der Bundesregierung haben. Also dass sie meinen irgendwie, die Demokratie ist so eine Walze, die walzt irgendwie über sie hinweg und sie haben da selber überhaupt kein Mitspracherecht. Und meine Stimme zählt eh nicht. Und die in Berlin, die entscheiden sowieso nur, was sie wollen. Also da gibt es durchaus Parallelen. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob es hier in Deutschland ein Kommunikationsproblem ist, aber ich vermute, das wäre jetzt so meine These, dass es doch auf europäischer Ebene zumindest auch ein Kommunikationsdefizit ist. Also dass man da durchaus einfach noch mehr in Erscheinung treten könnte und noch ein bisschen mehr fürs Image-Building sozusagen tun könnte. Ich würde jetzt nicht direkt widersprechen, aber weil es ja grundsätzlich auch das, was wir gerade machen, ist ja eigentlich, dass wir versuchen, genau das zu tun, was du sagst. Und die Schwierigkeit, ich will nicht sagen das Problem, sagen wir die Herausforderung. Das habe ich beim Filmemachen gelernt. It's never a problem, it's always a challenge. Die Herausforderung ist für mich so ein bisschen, wenn das so auch wieder oktroiert rüberkommt, die Information. Hier haben wir für Sie ein Flugblatt, lesen Sie das doch mal. Nein, nein. Und dann gibt es irgendwelche offensichtlich von der EU kommenden Initiativen, die die EU gut finden. Wer hätte es gedacht? Das ist etwas, wo ich glaube, das ist wichtig, dass es das gibt und da muss man unbedingt weitermachen. Das ist gar keine Frage. Aber irgendwie ist mein Eindruck, dass wenn das von unten kommt oder käme, also unten meine ich jetzt nicht wertend, sondern aus der Basis der Menschen, so wie Nana das vorher gesagt hat, aus den Bürgerinnen und Bürgern der verschiedenen Länder, wenn es davon käme, irgendeiner Form als Motivation, das wäre ein ganz anderer Vibe. Ja, da stimme ich dir absolut zu und solche Bewegungen gibt es ja auch. Also wenn man sich jetzt solche Dinge wie Pulse of Europe anschaut zum Beispiel. Genau, das fand ich super. Das ist eine ganz, ganz großartige Sache. Was ich eher meinte, ist gar nicht mal so die Kommunikation durch die EU selber, sondern Politiker hierzulande, die sozusagen für die EU sprechen. Das heißt also, wenn jetzt jemand gezwungen, was heißt gezwungen, das klingt auch schon wieder so doof, aber wenn jetzt hier jemand, ein deutscher Politiker über irgendwelche Beschlüsse auf EU-Ebene spricht, dann kann er das ja auch auf unterschiedliche Art und Weise tun. Er kann sagen, hat die in Brüssel wieder und ich muss das jetzt. Oder er kann sagen, das und das haben wir besprochen, das und das ist dabei rausgekommen. Und da haben wir das Gefühl, das könnte gut funktionieren. Also auch da an einem anderen Punkt anzusetzen und nicht sich selber zu profilieren und die EU dann als einen Buhmann, auf dem man alles abladen kann, darzustellen. Genau, absolut. Das nervt mich wahnsinnig, dieses Gefühl, wenn ich den Eindruck habe, dass ein Politiker in irgendeiner Form das auf der EU ablädt und selber schulterzuckend daneben steht und sagt, ich kann ja nichts dafür, wenn die Gurkentruppe. Das nervt mich wahnsinnig und ich frage mich auch, wer ist denn so der Letzte, was sind denn richtig eindeutige, große, überzeugte Europäer und Europäerinnen gerade in der deutschen Regierung? Angela Merkel. Angela Merkel, selbstverständlich, keine Frage. Wer noch? Also ich glaube tatsächlich alle. Also das ist immer so ein bisschen die Frage, wie das an der Öffentlichkeit rüberkommt, weil eben jeder über seine Themen redet. Aber wenn man sich die Leute mal in der Veranstaltung und im Idealfall in der Nachsitzung vornimmt. Ja, aber warum können sie das dann nicht so kommunizieren? Warum machen sie das dann in der Nachsitzung? Weil natürlich die Tagespolitik ja letztlich ganz anders aussieht. Und letztlich kennt jeder, der auf irgendeiner Ebene Politik gemacht hat, kennt das. Und das passiert auf der kommunalen und auf der Landesebene ja nicht anders, wenn irgendwelche Themen an einen herangetragen wird, dass man einfach immer wieder sagen muss, ja, wir würden da gerne was machen, aber das ist einfach nicht was, was wir auf landespolitischer Ebene lösen können. Das Problem kommt aus Berlin oder das Problem kommt aus Brüssel. Und damit ist, solange dann keiner aus Brüssel da ist, der das Problem anspricht, steht es halt als ungelöstes Problem im Raum. Aber die grundsätzliche Sache, dass du als Kommunalpolitiker für die Bundesregierung beschimpft wirst, hast du ja genauso. Ich verstehe total, was du meinst und auch den Frust, der da entsteht. Ich verstehe aber auch sehr gut, was Alexa sagt. Und jetzt verstehen wir gleich, was Nana sagt, die sonst explodiert. Ja, ja, ja. Politiker müssen Wahlen gewinnen. Punkt um. Es wäre ganz, also Europa betrifft leider noch viel zu wenige Menschen ganz direkt. Also sie spüren es nicht. Und es gibt keinen, da gebe ich euch völlig recht, das wirklich direkt übersetzt. Der Europa übersetzt in den Alltag der Menschen. Da gibt es niemanden, vor allem auch auf politischer Ebene, der sich dafür zuständig hält. Die Maps, die Europaabgeordneten sind viel zu selten sichtbar. Ja, die sind irgendwo verschwunden in Europa. Die gibt es nicht in der Realität des einzelnen Bürgers, Bürgerinnen. Das, was jetzt fehlt, ist aber auch neben dieser Übersetzung eine Möglichkeit. Und das würde vielleicht wieder zum Demokratiedefizit rüberführen. Warum können wir zum Beispiel nicht direkt als Bürgerinnen und Bürger Europaabgeordnete über nationaler Natur wählen, deren Programme wir uns anschauen? Also warum müssen wir denn über nationale Parteien gehen und die dann wiederum nationale Parteipolitik vertreten? Also das ist etwas, was schon lange im Europäischen Parlament diskutiert wird. Das ist keine neue Idee, dass man direkt Europaabgeordnete für ihr Europaprogramm wählen kann. Also europaweit können alle Bürger, egal aus welchem Land, aus welcher Partei, Leute in das Europaparlament wählen. Das wäre wünschenswert. Was sie jetzt machen, ist, sie können ja nur nationale Politiker wählen, die von nationalen Parteien aufgestellt sind, die nationale Politik machen. Es ist ja, also wenn es um Wählerschaft geht, ist es näher in die Nation zu schauen und in die Region, als wirklich zu sagen, ich mache jetzt nur Europapolitik und für das gemeinsame Gute da zu sein. Das geht den Menschen noch nicht nah genug. Ich glaube, sowas ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt über Kommunikation sprechen und uns beklagen, dass sie nicht funktioniert, eine Wahl ist auch eine Form von Kommunikation. Und es ärgert mich immer, wenn ich bei der Europawahl dann österreichische Parteien am Wahlzettel ankreuzen muss. Ich finde das vollkommen sinnlos. Es ist vielleicht durchaus sinnvoll, dass vielleicht Österreicher entscheiden, wer aus Österreich ins EU-Parlament geschickt wird. Aber es gibt europäische Parteienfamilien, die könnten auch am Wahlzettel stehen. Und was mich am allermeisten stört, ist, warum kann ich die Kommissionspräsidentin oder den Kommissionspräsidenten nicht wählen? Stopp, was macht der? Sagt der Depp wieder mal? Was ist ein Kommissionspräsident? Oh Gott, ich oute mich so als Vollidiot, aber egal. Frau von der Leyen. Ach, die? Die kenne ich. Das sind genau die Probleme. Und mich stört es ein bisschen. Wir sollten jetzt nicht in den Modus geraten, zu sagen, die EU ist ja ganz toll, aber die Leute sind ja alle dumm. Und man muss es ihnen einfach nur besser erklären. Ja, ich möchte das jetzt erklärt haben. Was ist das? Was macht die Frau von der Leyen da genau? Ich sehe nur, dass sie seit neuestem auf Englisch twittert. Ansonsten, was macht die jetzt? Also eigentlich ist sie genau das, was fehlt. Ein Kopf, der vermittelt, was Sache ist, wonach sich die Politik ausrichtet. Vorher war es ja Juncker, der hat das auch sehr intensiv gemacht. Das heißt, eine Personifizierung der Ausrichtung unter Themen, Setzung und der momentanen politischen Arbeit in der EU. In der EU-Kommission? Ja, aber die Kommission bestimmt, der macht ja die Gesetzesvorlagen und hat in gewisser Weise eine zumindest momentan sichtbarere Vorreiterfunktion, was die Kommunikation betrifft. Also faktisch ein Regierungschef, ein Ministerpräsident oder ein Kanzler, also von der Funktion her. Ich weiß nicht, ob man es eins zu eins so übersetzen kann, weil es gibt ja eben noch die anderen Gremien und es gibt sie selber ist ja nicht, also mehr ein kommunikatives, also eine Galerionsfigur vielleicht ist das der richtige Begriff. Also wir haben definitiv ein Defizit und zwar in meinem Hirn. Ich habe einfach viel zu wenig Ahnung und dafür schäme ich mich ein bisschen, aber ich weiß, das ganz gut zu verstecken. Aber Florian, wir hatten ja tatsächlich die Situation, dass bei der letzten Wahl die großen Parteien tatsächlich Kandidaten für den Kommissionspräsidenten aufgestellt haben und hinterher keiner dieser Kandidaten Kommissionspräsident werden sollte, weil sich die Länder dagegen geschossen haben. Die erste vorsichtige Versuche und das finde ich ja schön, wenn man vorher klar sagt, wer jetzt in Deutschland die SPD wählt, gibt eine Stimme ab für die sozialdemokratische Parteienfamilie und die wollen Person X als Kommissionspräsidenten haben. Das ist okay, das finde ich in Ordnung, das könnte man vielleicht noch besser formalisieren, aber damit kann ich geistig und gefühlsmäßig schon mal was anfangen. Aber wenn dann eben genau das passiert, was du gesagt hast, dass dann am Ende jemand ist, von dem vorher nicht gesprochen wurde, dann tut mir das als Europäischen Demokraten weh. Das liegt aber am System, dass das Spitzenkandidatensystem zwar plakativ ist, um die Wahlbeteiligung auch zu erhöhen und eben eine Personifikation von bestimmten Rollen und möglichen zukünftigen Führungsideal oder Visionen geben kann. Aber de facto funktioniert halt die Wahl dann anders, also die Wahl zum Kommissionspräsidenten. Natürlich und de facto wissen wir auch, dass ganz, ganz viel vom Rat abhängt, dass dann doch die Staatschefs zusammenkommen und gemeinsam wieder überlegen, was die EU da machen soll. Und dann sieht die Kommission wieder eher betretend zu. Ja, aber da hätte meines Erachtens, wären im Sinne der europäischen Demokratie die Staatschefs gefordert gewesen, sich mal am Riemen zu reißen und einfach mal die Wahlentscheidung zu respektieren. Absolut. Und das sollte man einfach in eine europäische Verfassung auch reinschreiben, dann wird dieses Problem gelöst. Ja, da müssen wahrscheinlich wieder alle zustimmen und wie bei vielen heiklen Themen. Einstimmigkeitsregel, das größte Problem für die Demokratie. Sind wir wieder bei dieser Demokratie. Die Einstimmigkeitsregel. Die Einstimmigkeitsregel. Also wir wollten ja auch transparent mit den Problemen umgehen. Also das wäre sowas, was man wirklich ansprechen sollte. Aber ist klar, also wir haben es ja jetzt mehrfach angesprochen, dass das ein Prozess ist. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Es hat sich ja schon in Bezug auf Demokratisierung der EU sozusagen viel getan, mit auch mehr Befugnissen des Parlaments und so. Und dieser Prozess ist eben noch nicht abgeschlossen. Das ist das Blöde. Und sozusagen so eine Scharte in diesem Prozess haben wir jetzt gesehen. Also wenn dann solche Dinge passieren, wie dass Frau von der Leyen eine Rolle bekommt, und die sie vielleicht per Wahl irgendwie, oder dass die Wahl dann eben doch letzten Endes anders funktioniert, wie Nana es beschrieben hat. Das kommt natürlich bei den Leuten sehr verquer an. Also das musst du auch erstmal irgendwie so deutlich machen und so rüberbringen, dass das auch jeder einsieht, warum das so passiert ist. Schwierigkeit, glaube ich, ist hier, arbeitet man im System, das bereits vorhanden ist, oder möchte man am System arbeiten? Also wie funktioniert das System? Und worüber wir jetzt reden, wäre Arbeit am System. Und das bräuchte eigentlich, also ich meine, das System versucht sich natürlich selber zu erhalten, weil es halt so funktioniert, wie es funktioniert. Aber die Arbeit am System braucht halt Visionäre, die dann eine großgenucke Gruppe und leider eben in manchen Dingen eine Einstimmigkeit brauchen, um dieses System zu verändern. Ja schon, wir haben ja das Problem, Moment, Stopp, wir haben ja das große Problem dieser Wagen, in dem wir da sitzen. Das ist ja nicht, dass der angehalten werden kann. Und dann sagt man so, jetzt warten wir mal einen Moment, jetzt reparieren wir das einmal, jetzt bauen wir noch eine Elektromotor ein, dann fahren wir wieder weiter. Sondern wir fahren ja mit 280 und dabei musst du sagen, so, pass mal auf, lass uns einen Reifen wechseln. Okay. Sehr schön. Ich fahre jetzt mal so kurz auf zwei Reifen, geh du mal rauf. Das ist ja was völlig anderes. Es geht ja nicht darum, also das heißt, wir optimieren das System, während es auf Volldampf knirschend fährt. Ein Verfassungsprozess, das muss dir dabei helfen. Das ist ja immer so. Das ist in jedem politischen System so. Also wenn du da was verändern willst, bist du immer mitten in Fahrt. Martin, du hast ein Geräusch gemacht, ich nehme das vor. Außer es war gerade ein Krieg zu Ende. Martin, du hast ein Geräusch gemacht, außer es war ein Krieg zu Ende. Es ist immer irgendwo ein Krieg zu Ende. Ich wollte nur anmerken, weil wir gerade über so viele Probleme reden. Ich habe ja den Eindruck, dass bei vielen oder zumindest bei einigen der Problemen, für die die EU kritisiert wird, wo die Leute dann sagen, schau, da haben wir die EU und was macht sie in diesem oder jenem Bereich gar nichts, dass das oft in eine völlig falsche Richtung gedacht wird, weil die Lösung eigentlich mehr EU lauten müsste. Mir ist das ganz stark immer aufgefallen, jetzt während dieser ganzen Pandemie, wie wir am Anfang so einen Engpass gehabt haben mit den Masken. Und dann haben alle Länder versucht, sich selber irgendwie die Masken einzuheimsen, wie es dann einen Engpass gegeben hat. Und die Leute haben halt auf die EU geschimpft, viele, und haben gesagt, schaut nicht einmal, das bringt die EU zustande, dass sie dafür sorgen, dass die Masken da fair aufgeteilt werden. Wo man doch eigentlich sagen müsste, damit die EU das leisten kann, dann müssten wir der EU mehr Möglichkeiten geben. Weil zu glauben, dass ein Europa der Nationalstaaten besser in der Lage wäre, die Maskenverteilung gerechter oder einheitlicher zu gestalten, das ist ja völlig absurd. Und ich habe oft das Gefühl, man denkt da den Gedanken nur halb zu Ende, kommt zum Schluss, wenn die EU etwas nicht schafft zu regulieren, dann ist die EU scheiße und muss weg, anstatt zu sagen, die EU muss ermächtigt werden. Ja, aber ich glaube, da war die EU ja auch nur schlicht langsam. Also wenn wir jetzt sehen, wie das bei den Impfstoffen läuft, da geht ja im Prinzip die gesamte Impfstoffbeschaffung inzwischen über die EU-Ebene, weil man da einfach die Vorlaufzeit hat, die so ein Mechanismus, wo viele zustimmen müssen, halt braucht. Aber soweit ich das verstanden habe, ist das doch beim Impfen so, dass es da schon Vorarbeit gab und man schon vorher gesagt hat, was ist eigentlich Komma-Wenn? Und Menschen sich im Vorfeld schon, also bevor es jetzt diese Pandemie gab, darüber ausgetauscht haben, EU-weit, oder? Nein, darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt um die Lieferverträge für Impfstoffe mit den einzelnen Herstellern. Ah, okay. Also nicht um die Entwicklung, sondern um die Verteilung. Genau. Und da gibt es, die Hersteller haben halt jetzt Verträge geschlossen mit den USA, mit Großbritannien und mit der EU. Und dann hat die EU irgendwelche 300.000 Impfstoffdosen bei AstraZeneca und 100.000 bei Pfizer und so weiter bestellt. Die EU hat wahnsinnig viel gemacht, was man nicht weiß. Auf EU-Handelt.jetzt findet man all diese Informationen, und weil sich das einschieben darf. Wichtig ist daran auch zu wissen, dass schon im Jänner gewarnt wurde seitens der EU und die Nationalstaaten das damals ignoriert haben. Und dass aber sehr schnell auch bestimmten Dingen eingegriffen wurden, wie zum Beispiel, als die Nationalstaaten ihre Grenzen geschlossen haben, dass diese Transportlanes eingeführt wurden für die wichtigen Güter, die Greenlanes. Und es gibt noch ganz viele Beispiele. Ich will die jetzt nicht alle runterrattern, aber... Wo findet man die? Was hast du da gerade gesagt? Auf EU-Handelt.jetzt. EU-Handelt, ein Wort.jetzt. EU-Handelt.jetzt. Gut, da kann man sich also anschauen, was tatsächlich gemacht wurde. Über alle Corona-Krisenreaktionen, inklusive Zeitleiste, was wann wie passiert ist und ganz geht in die Details. Es gibt verschiedenste Bereiche eben von Gesundheitswesen, Impfstoffstrategie, Beschaffungsstrategie, Behandlungsmethoden über Reisen. Auch da wird immer mehr koordiniert, ja, Forschung und Innovation, Bekämpfung von Desinformation, Transportwesen, Soforthilfe. Ist das so aufbereitet, dass wenn ich da drauf schaue, dass mir nicht sofort der Kopf schwirrt, sondern dass das lesbar ist? Also es sind ganz viele Unterseiten geteilt. Das heißt, es ist sehr lesbar und man kann sich dann weiterklicken, je nach Interesse. Okay, und sich komplett darin verlieren. Es ist nicht alles so... Da ist ja wieder der Unendlichkeitsbegriff. Aber es ist sehr interessant gemacht. Okay, danke für den Tipp. Eine Sache hätte ich noch zum Thema Demokratiedefizit, weil das so ein bisschen, und da kam von der NANA so ein bisschen, naja, die EU, die Europaabgeordneten sind ja so weit weg und so weiter. Das stimmt zwar auf dem Papier, weil die halt riesengroße Wahlkreise haben, aber so aus meiner Zeit, als ich Politik gemacht habe, es ist, wenn du eine Veranstaltung organisieren willst, wesentlich leichter, deinen Europaabgeordneten zu bekommen als deinen Bundestagsabgeordneten, weil die Europaabgeordneten eigentlich alle dastehen und sagen, Leute, macht Veranstaltungen, ich möchte eine Rede halten. Und keiner lädt sie ein. Dementsprechend auch als Bürger, wenn man ein Anliegen hat und seinen Europaabgeordneten anschreibt oder mal zu einer Veranstaltung hingeht mit dem Europaabgeordneten, Die Europaabgeordneten sind in der Regel froh, wenn sich jemand dafür interessiert, was sie tun. Und Stand heute sind die Europaabgeordneten im Allgemeinen sehr zugänglich für Bürger, weil so wenig Bürger zu denen hingehen. Und man kann, ich glaube schon, wenn man einem Europaabgeordneten nach einer Veranstaltung mal sagt, mir liegt dieses und jenes Thema am Herzen, dass man da viel mehr damit bewegen kann, als wenn man nur alle fünf Jahre sein Kreuzchen auf dem Wahlzettel macht. Ich finde das so toll, dass du das so ansprichst, weil das auch gerade wieder zeigt, dass die EU deshalb manchmal so anstrengend wirkt, weil Demokratie so anstrengend ist. Also die gleichen Pflichten, Probleme, weiß ich auch nicht, Vorurteile, die man gegen Demokratie haben könnte, die kannst du halt auch unter Umständen gegen die EU haben. Und es lebt halt beides vom Mitmachen. Und Mitmachen ist auch manchmal nervig und anstrengend, aber du kommst halt nicht drum rum, wenn es das werden soll. Ich muss mal zu unserem Psychologen rüberkommen, weil der heute verdächtig still war und die ganze Zeit nur an seinem Hopfenmalz schimpft. Aber wenn du ihn so geschimpft hast. Tatsächlich vom psychologischen Standpunkt her, finde ich eine spannende Geschichte, das, was da in Großbritannien passiert ist und immer noch passiert, Alexander. Ja, das ist in der Tat eine ganz spannende Geschichte. Und da haben sich deutlich schlauere Menschen als ich auch ausführlich mit beschäftigt und haben sich mal angeschaut, was macht das denn? Wir diskutieren jetzt darüber, dass die EU langsam gut ist. Aber natürlich gibt es auch mal Menschen, die sagen, Bretter vor die Tür, D-Mark wieder auf den Tisch und dann geht es uns allen viel besser. Im Grunde genommen ja das, was im Brexit-Jahr passiert ist. Und es gibt ganz interessante Ergebnisse zu dem Thema, man hat nämlich Menschen befragt dazu und jetzt gerade auch relativ aktuell die Briten, wie es ihnen so geht. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Befragung, die regelmäßig stattfindet, das sogenannte Eurobarometer. Und da wird ausgewertet, wie das Wohlbefinden ist und wie sehr sie sich mit Europa identifizieren. Und interessanterweise ist das so, dass das Wohlbefinden der Briten im Vergleich zum restlichen Europa in dieser Studie seit dem Datum des Referendums schlechter geworden ist. Und dabei ist es ganz irrelevant, ob sie dafür oder dagegen waren, auszutreten. Es geht ihnen einfach nicht mehr so gut und das Wohlbefinden sinkt. Und dann haben sich nochmal Psychologen damit beschäftigt, versucht herauszufinden, was ist denn so das Besondere an diesem Brexit und warum bewegt das Menschen so intensiv. Und ich fand den Gedanken ganz spannend, wenn man das mit jeder anderen politischen Entscheidung, die man trifft, vergleicht. Also wenn wir jetzt zur Wahl demnächst wieder gehen und dann ein neues Parlament wählen und wir stellen fest, das ist total doof, was da gerade passiert ist, dann kann man in vier Jahren wieder wählen gehen und dann gibt es was Neues. Das geht beim Brexit nicht. Und zwar weiß auch keiner, ob das jemals wieder gehen wird. Das heißt, diese Entscheidung, die getroffen worden ist, ist erstmal nicht wieder zurückzuholen. Und diese Klarheit und diese Gewissheit, das, was da passiert ist, ist jetzt so. Ob ich das jetzt heute lieber anders machen wollen würde und es geht auch jetzt nicht mehr, weil das so konzipiert war, zu sagen, lass uns nochmal abstimmen. Hinterher ist man immer schlauer. Das hat ganz viel mit Menschen gemacht und deswegen wahrscheinlich auch dieses Absinken des Wohlbefindens. und wir erleben jetzt ja gerade sukzessive, je dichter wir an den tatsächlichen Ausstieg ja auch kommen und dann diese Freihandelszone dann irgendwann da entstehen wird, dass es ein Drittstaat ist, also es ist für mich nach wie vor absurd, dass das ein Drittstaat wird. Und ich glaube, die Konsequenzen sind nach wie vor nicht angekommen. Wir merken jetzt viel mehr, dass viele Firmen ihre Firmensitze verlagern, dass Mitarbeiter, die überall aus Europa in Großbritannien gearbeitet haben, das Land im Grunde genommen wieder verlassen, weil sie gar nicht wissen, wie es weitergeht. Das sind die anfänglichen Dinge. Aber wir haben schon über den Binnenhandel gesprochen. Der wird sich grundlegend verändern. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade auch den Bürgerinnen und Bürgern gerade bewusst wird in Großbritannien und das sicherlich auch dieses Wohlbefinden auch Auswirkungen hat. Die sind doch eigentlich, zumindest war das so mal wieder meine naive Außenträngung, die sind einfach brutal verarscht worden. So war mein Eindruck. Also sagen wir mal so, diese Kampagne, die Michael Farage und Aaron Banks gefahren haben im Vorfeld des Referendums, war sicherlich eine Kampagne, die ganz gezielt mit Ängsten gespielt hat, mit Vorurteilen in Bezug auf die EU. Also wir alle kennen ja diesen berühmten Bus, der da rumgefahren ist mit dem NHS. Also zahlt nicht an die EU. Wir wollen lieber unseren NHS, also unser eigenes Gesundheitssystem stärken. Farage hat sich selber sehr kapriziert auf das Thema Migration. Also er hat schon früh gesprochen von einer Einwanderungsschwemme, von einer Flüchtlingsschwemme, von der auch Großbritannien überrollt werden solle angeblich und hat da ganz gezielt, Ressentiments bedient, überhaupt diese ganze Kampagne, die eigentlich schon vorher bestanden haben. Denn die Geschichte der EU und der von Großbritannien ist ja keine einfache. Also es war ja nicht so, dass diese Zusammenarbeit immer so ganz rosig gewesen ist. Also erst mal hat es relativ lange gebraucht, bis Großbritannien überhaupt beitreten konnte. Also Charles de Gaulle noch hat gesagt, nee, ist nicht. Und 72 dann nach zwei Versuchen beizutreten, hat Großbritannien es dann geschafft. Dann haben sie aber 75 schon ein Referendum gehabt, wo dann zum Glück 67,2 Prozent oder so für den Verbleib in der EU gestimmt haben. Und dann war es immer so, dass das auch als Druckmittel benutzt wurde, um mit der EU sozusagen bessere Bedingungen auszuhandeln. Also Großbritannien hat immer gesagt, nee, so machen wir das aber nicht. Wir wollen aber das und das. Und dann hat die EU irgendwie versucht, einen Kompromiss zu finden, bis hin zu Thatcher und ihrem I want my money back, 84, wo sie halt sagte, irgendwie Großbritannien profitiert einfach nicht genug, also auf dem Gebiet der Agrarwirtschaft. Und wir wollen das Geld, was wir einzahlen, zurück. Und wir wollen auch weniger einzahlen. Und da hat die EU dann halt eben auch den Kompromiss geschlossen und gesagt, ja, okay, dann kriegt er halt irgendwie diesen Rabatt. Und dann gab es den sogenannten Britenrabatt. Das heißt also, das ging sowieso schon immer hin und her. Und man hat ja viel drüber gesprochen, jetzt nach 2016, wie viel, man kann schon fast sagen, da so Ängste vor Gehirnwäsche irgendwie daran beteiligt waren an dieser Kampagne. Und es ist sicherlich so, dass Farage und Konsorten mit nicht lauteren Mitteln gearbeitet haben. Diese Vote-Leave-Kampagne ist ja auch zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie Wahlkampfgesetz gebrochen haben. Die haben halt mehr Geld in den Wahlkampf gesteckt, als sie es hätten tun dürfen. Und dann gab es halt noch diese Geschichte mit dem Microtargeting über Social Media und so weiter und die Zusammenarbeit von Farage und Bannon vor allen Dingen. Und auch die Verbindung von Farage und Trump letzten Endes. Also die teilten sich sozusagen mit Bannon, ihren gemeinsamen Medienberater, wenn man so will, und Breitbart als sozusagen Medien-Aushängeschild. Also da sind viele unlautere Dinge gelaufen. Und trotzdem ist es so, dass diese ganze Geschichte eben Ängste und Befürchtungen und auch Vorurteile bestärkt hat, die eh schon vorhanden waren in der Bevölkerung. Also das ist nicht aus dem Nichts gekommen. Aber dass es dann tatsächlich für eine knappe Mehrheit für den Ausstieg gereicht hat, das war für alle ein Schock. Letzten Endes auch für Cameron, der ja sich sehr für den Verbleib eingesetzt hat. Also für ihn war das eine Riesen-Niederlage. Und dann waren im Prinzip alle Leute erstmal in Schockstarre, bis auf Farage, der sich in den Ast gefreut hat. Und dann stürzte die, stürzte Großbritannien halt immer weiter ins Chaos. Also das war eigentlich ein Stück weit mit Ansage, aber dass es dann tatsächlich doch so gelaufen ist. Das schien viele überrascht zu haben. Ja, ja, klar. Die Selaron Merota schreibt, die britischen Politiker mit dem Feuer gespielt und sich verbrannt. Das ist auch mein Draufschauen. Nana, du hast gewählt. Ja, nur drei Bemerkungen dazu. Emotionale Manipulation steht im Zentrum. Ist etwas, was damals wirklich aufgekommen ist. Hat ja auch in weiterer Folge in manchen Ländern Europas funktioniert und auch Trump gewählen lassen. Ja, das ist einfach auch eine blöde Zeit gewesen. Sie haben auch mit falschen Zahlen gearbeitet. Also nachweislich. Fake News, Desinformation. Unglaublich, aber ist damals noch leichter durchgegangen. Heute ist man schon hoffentlich ein bisschen heikler auf diese Sachen. Und dritter Punkt, der auch noch ausschlaggebend ist und das ist etwas, warum die EU so gern und oft auch als Sündenbock verwendet wird. Es gab ja schon bereits Situationen in Großbritannien, die nicht gut funktioniert haben. Zum Beispiel Infrastruktur oder das Gesundheitswesen. Das war extrem überlastet, hat nicht mehr irgendwelchen Ansprüchen genügt. Es sind einfach zu viele Leute, zu gering ausgebautes Infrastruktur-System und man hat die EU schuldig gemacht. Ohne zu bedenken, dass Großbritannien eine Vergangenheit hat, die ganz andere Probleme auch mit sich bringt. Und das hat man offensichtlich ausgeblendet. Und ja, dieser praktische Sündenbock EU, der wurde auch lang und wird immer wieder bemüht von anderen Ländern. Und ich glaube auch, also als These natürlich nicht belegbar, dass dieser gefühlte Verlust an Bedeutung von Großbritannien in der Welt, glaube ich, auch ganz viel gemacht hat. Also der Commonwealth, eine der mächtigsten Nationen, auch wirtschaftlich natürlich und sukzessive sind die Kolonien weggebrochen, immer mehr Unabhängigkeiten. Parallel dazu Europa, quasi auf der Überholspur, dran vorbeigezogen und so eine Art Orientierungslosigkeit oder Identifikationsverlust. Wer sind wir denn eigentlich noch in der Welt? Und immer wieder, Alexa, du hast es ja schon gesagt, dass immer wieder diese starke Nationen spielen vielleicht nur noch oder zeigen. Und vorher ist das eine mit dem Feuer gespielt, aber jetzt hat es halt nicht mehr geklappt. Und jetzt glaube ich, was jetzt passieren wird, ist, dass ganz, ganz schmerzlich bewusst werden wird, dass eine einzelne Nation gar nicht mehr so bedeutend ist, sondern man viel, viel besser fährt, wenn man im Zusammenschuss unterwegs ist. Der Doc schreibt gerade, ganz kurz, es gibt ja auch gar keine Einzelkämpfer mehr als Nationen, also wir sind ja alle verflochten. Der Doc schreibt, ist der Brexit nicht auch gleichzeitig ein Glücksfall, könnte man in Anführungsstrichen nehmen? Jeder sieht jetzt, wie extrem das ist. Selbst manche rechte Parteien sind jetzt zum Teil verstummt, weil sie wissen, dass es sie unwählbar macht. Und eine EU ist immer stabiler als ein sehr starker Partner, der immer EU-skeptisch war. Also trotz aller Schrecken vielleicht auch ein Pluspunkt für die EU. Wie so eine Art Denkzettel, dass man sagen kann, schaut mal, seht ihr, was da passiert, wenn man aus der EU austritt? Schau mal, wie schlecht es ihnen geht. Hilft unseren britischen Freunden ja nicht. Das ist ein bisschen perfide irgendwie. Definitiv, gar keine Frage. Ich kann aber den Gedanken nachvollziehen. Ich provoziere gerne noch mal ein bisschen weiter. Also ja, mir tut es leid um die Briten in der EU. Mir tut es auch leid für die Briten, die die EU verlieren. Ich glaube aber, dass es langfristig für die Entwicklung der EU eine gute Sache ist, dass wir einen Präzedenzfall schaffen, dass man aus der EU austreten kann. Und dass das friedlich geht und dass es zwar mit Knatsch geht und dass es hinterher sicherlich eine wirtschaftliche Verwerfung geben wird, die sich über die nächsten Jahre dann wahrscheinlich in irgendwelchen bilateralen Verträgen ohnehin wieder einregeln werden. Aber das ist ein anderes Thema. Aber für meine Begriffe und aus dieser Geschichte mit der Friedensunion heraus, wo das Ganze ja herkommt, finde ich es ganz beruhigend, dass wir das jetzt einmal durchmachen, bevor wir in 30 oder 40 Jahren vielleicht einen Kommissionspräsidenten haben, der den Zugriff auf eine große Armee hat und vielleicht auf die Idee kommen könnte, naja, diesem austrittswilligen Land, da müssen wir doch mal zeigen, wo es lang geht. Martin, wie ist das denn so in deiner Wissenschaftsarbeit gelegentlich? Neben den vielen schönen Videos und allem, die du machst, molekulärst du ja noch biologisch rum. Merkt ihr da irgendwas? Eigentlich nicht. Also eigentlich bin ich nicht mehr im Labor. Hast du aufgehört? Ja, ja. Das würde sich alles nicht ausgehen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ach so. Aber ein Supermensch, dachte ich. Ja, ja, aber ein Supermensch. Ja, da bin ich ja auch. Aber da wären wir wieder bei den Gurken und damit kann ich schon wieder zurückkommen. Ja, das ist die Frage, ob du dann der Richtige bist, den ich jetzt da versucht habe zu reaktivieren, bevor du ganz aus dem Bild fällst. Ich kann es nicht aus meiner wissenschaftlichen Sicht sagen, aber ich weiß auch, dass meine Freundin, die Julie, die ist ja eine Deutsche, die kommt ja aus Bayern. Nein. Und die hat jetzt angefangen, in einem österreichischen Krankenhaus zu arbeiten und erst vor ein paar Tagen hat sie eine Lobeshymne auf die EU gesungen, wie unkompliziert das alles war. Sie kommt rüber, sie hat gleich sofort die Krankenversicherung und alles komplett automatisch übernommen, weil sie hat sich eigentlich vorbereitet, nachdem sie eigentlich deutsche Staatsbürgerin ist, dass das alles furchtbar kompliziert wird mit Wohnsitzummelden und so weiter. Aber das war an einem halben Tag, war alles erledigt. Das ist ja komplett gegen alle Klischees jetzt gerade. Ja. Das ist aber nur, wenn man nach Österreich kommt, wenn man nach Deutschland kommt. Ja, das ist auch alle ein Spinner. Entschuldigung. Und umgekehrt fragt man Leute, die jetzt in Großbritannien leben, mit welchen organisatorischen und bürokratischen Hürden die jetzt zu kämpfen haben. Das ist nämlich auch kein Spaß. Wer von euch forscht denn gerade noch aktiv? Muss ich jetzt aufzeigen? Ja, ne? Ja. Stimmt. Alexander, der du aktiv forschst. Wie ist das denn so? Hast du da, gibt es da Kontakte rüber nach Großbritannien, die jetzt, wo man jetzt schon anfängt irgendwie zu paniken? Oder glaubst du, da wird sich nicht so wahnsinnig viel ändern? Also die Wissenschaft ist im Grunde genommen, also das hat zwei Ebenen. Also die generelle Wissenschafts-Community arbeitet natürlich weiter zusammen. Und ja, in der Tat, ich habe insbesondere mit schottischen Kollegen zum Beispiel Kontakt, weil ich ja ein Telemedizin mache. Und so oben ganz im Norden, die ganzen Inseln, da macht Telemedizin Sinn. Telemedizin. Telemedizin, ja. Entschuldigung. Remote Medicine. Remote Medicine, genau. Und das funktioniert natürlich alles sehr, sehr gut weiter. Auch Anträge zu schreiben wird vermutlich auch funktionieren. Das wird komplizierter werden. Also gemeinsame Forschungsanträge für europäische Forschung ist natürlich einfacher, wenn man sich innerhalb eines Rechtssystems, sage ich mal, befindet. Und das verlässt Großbritannien jetzt ja. Was allerdings natürlich ein Problem ist, ist, wenn du jetzt einfach mal sagst, ich gehe mal für ein Semester rüber oder so. Das wird natürlich deutlich komplizierter, weil da genau jetzt viele Dinge komplizierter werden. Und das gilt ja in beide Richtungen. Das ist ja für Briten dann jetzt auch aufwendiger nach Europa, nach Deutschland oder wo auch immer hinzukommen, genau wie für uns. Und das erschwert es natürlich schon, was ja nicht heißt, dass man nicht rüberfahren kann. Aber wie gesagt, Krankenversicherung, andere Dinge zu organisieren, das wird aufwendiger. Und gerade in Bereichen, wo wir voneinander profitieren, können und das ja auch tun, schmerzt das auch wieder, wenn da so eine künstliche Barriere aufgebaut wird. Gigtes schreibt gerade, ich bin in der Logistik, in einer globalen Funktion bei uns, schwankt deswegen das Brexit seit mehreren Jahren in die mehr diversen Ausnahmezuständen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, jetzt, Blue Fainters schreibt, werden denn die Schotten dann great but small Britain verlassen? Das ist tatsächlich auch, wie ist das denn? Denkbar. Ja, ist denkbar, oder? Es wäre denkbar. Es wäre denkbar, weil die ja recht EU-freundlich daherkommen alle. Definitiv. Da kann man die Identitätsfrage anders stellen, das ist nämlich auch interessant, falls ich da einhalten darf. Ob die Schotten sich als EU und als Schotten sehen oder als Engländer? Genau, also die Frage überhaupt, wie gehen wir auf oder wie gehen wir um mit einer größeren Identität, mit dieser wie in einer Zwiebelschale. Jeder Mensch hat seine eigene, dann im Familienverbund, dann vielleicht im, ich weiß nicht, in der Stadt eine regionale Identität, dann die Nation und dann EU und letztendlich Weltbürger. Aber wie sich das dann im Einzelnen definiert, vor allem aus der Geschichte heraus, also wo man dann ansetzen kann, dass hier ein stabiler Kern gefunden wird, das würde schon Sinn machen. Ich würde noch gerne eine Sache zur Forschung sagen, bevor wir weitergehen, weil was ich schon mitbekommen habe, ist, während ich noch selber in der Forschung war, eine der Sachen, die alle hassen, sind Forschungsgeldanträge zu schreiben. Ach was. Und das muss man leider, das muss man leider machen und meistens kommt nichts dabei raus und das ist sehr viel Arbeit. Naja, okay, bei euch vielleicht. Musst du richtig Anträge schreiben, dann läuft das auch. Aber was halt schon ist, aus Sicht der Forschenden selber, ein großer Haufen von den Geldern, die abzusahnen sind, sind EU-Gelder. Also ich habe das selber erlebt. Meine ehemalige Chefin, von wie ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, die hat selber, glaube ich, so ziemlich den fettesten europäischen Grant für ihre Forschung abkassiert, den, glaube ich, jemals eine Frau in Österreich bekommen hat. Das waren über zwei Millionen Euro. Das sind alles Gelder, die kannst du nicht beantragen, nehme ich mal stark an, wenn du nicht Teil der EU bist. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, nur darüber geredet, wie ist das für die, die jetzt rübergehen wollen, wenn jemand ausgetreten ist und die sind nicht mehr drin. Aber es ist ja auch aus Sicht derer vor allem ein Riesenproblem, dass diese EU-Fördergelder für die Forschung wegfallen. Also ich glaube, ein Grund, warum es die Forscher aus dem Land raustreiben, wird es einfach, weil dann viele von den Geldern wegfallen. Na gut, dann müssen wir die nationalen Fördergelder halt hochfahren. Also das ist ja... Hier ist es schon, aber das wird schwierig für Großbritannien und Großbritannien hat ja auch überproportional profitiert von diesen EU-Geldern. Ja, das stimmt. European Research Council bei diesen Ausschüttungen des ERC ging viel Geld nach Großbritannien, weil die auch sehr, sehr gute Universitäten haben. Und erinnern wir uns, das Geld, das sie angeblich ja jetzt sparen, weil sie es nicht mehr nach Brüssel zahlen müssen, das haben sie ja auf dem Bus schon dem National Health Service versprochen und ich weiß nicht, wie vielen anderen Institutionen auch noch und sie werden es am Ende doch nur einmal ausgeben können. Also der Dan, einer von dem Wild-Mikes-Team, die ja in Irland sind, der bezieht sich hier gerade auf, ich scheine auf, ich glaube auf den Austritt von Schottland, das wird vermutlich niemals passieren. Er persönlich hält es für ausgeschlossen. Er kommt es auch wieder zu Anschlägen und Auseinandersetzungen. Ah, da sind wir aber in Irland jetzt hier, weil bei einem ungeregelten Austritt gegen das Freitagsabkommen verstoßen wird. Und er ist sehr gespannt, wie die EU und Great Britain damit umgehen wird. Das ist auch so eine schöne Sache demokratiepolitisch, finde ich, denn dass das ein unlösbares Problem sein würde, das wusste man immer. Das wusste man schon vor der Brexit-Abstimmung, das einfach rein aus banaler Logik heraus klar ist, wenn es eine Grenze gibt zwischen Großbritannien und der EU, dann muss die irgendwo verlaufen, denn sonst ist sie keine Grenze. Und das heißt, sie verläuft entweder durch Irland oder zwischen Irland und Schottland, aber irgendwo muss sie hin. Und das finde ich jetzt aus Demokratiesicht so spannend, dass das ein Thema ist, von dem man damals gesagt hat, ja, das überlegen wir uns aber dann, wenn es soweit ist. Das ist jetzt mal egal. Da finden wir schon eine Lösung. Da hat man vorher gesagt, und wenn die wieder austreten, wo wäre dann die Grenze? Oder wie verstehe ich das? Das muss ja sein. Es war ja klar, dass das ein Problem ist, weil niemand will zwischen Nordirland und dem Rest von der Grenze. Moment, während der Brexit-Diskussion? Ja, ja. Es war jedem klar, Nicht beim Eintritt, sondern beim drohenden Austritt, hat man gesagt. Beim drohenden Austritt. Es war jedem klar, dass das ein großes Problem wird, falls die Brexit-Abstimmung für den Brexit ausgeht. Es war jedem klar und keiner hat drüber geredet? Also man hat das Problem halt nach hinten verschoben. Also gesagt, jetzt stimmen wir erst mal ab und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Und Großbritannien hat ja auch versucht und tut es ja eigentlich bis zum heutigen Tag für sich selber. Im Prinzip ist immer so darzustellen, als würden sie Gesprächsangebote machen und auf Lösungen dringen wollen und die EU würde sich querstellen. Dabei ist es im Prinzip genau andersrum, weil Großbritannien jetzt im Prinzip ein Problem lösen müsste, verhandlungstechnisch, was von vornherein eben bekannt war. Und es wird halt verschleppt, also bis zum heutigen Tag. Der Wahrsager Zeck schreibt gerade hier im Chat, als ich Ende der 90er in Irland und Nordirland war, waren die Leute so happy, Zitat, now that we have the peace. Ja. Und der wird ihnen jetzt von diesen Steppen. Ja, möglich. Ja, der Witz ist ja, man muss sich die Dimension machen, die Grenze, die Florian angesprochen hat, ist eine EU-Außengrenze, über die wir reden. Das ist eine EU-Außengrenze. Das ist, das können wir uns, das macht mir nach wie vor Probleme, dass wir dort eine EU-Außengrenze ziehen müssen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Es gibt dann wieder Abkommen, wie Holm schon sagte, die dann jetzt aber erstmal geschrieben werden müssen, weil wir immer noch nicht wissen, was dann mit dem harten Brexit passiert. Und das ist immer noch nicht berühmt. Aber es ist doch in niemandem das Interesse, da keine Regelung zu finden. Richtig. Ja, aber es ist natürlich jetzt klar, dass Europa, die EU erstmal sagt, naja, ihr wolltet das jetzt ja so, jetzt müsst ihr auch mal ankommen und es werden ja alle Ansätze, ja auch dann wiederum von Großbritannien umgestoßen. Von Johnson halt, ne? Ja, vom Premierminister in dem Fall natürlich. Das ist sehr, sehr, sehr problematisch. Ja. Also die EU-Außengrenze an sich müsste jetzt nicht wahnsinnig problematisch sein, weil man sieht, wir haben auch eine EU-Außengrenze, die durch Basel läuft und wir haben eine EU-Außengrenze nach Norwegen und die sind ziemlich unproblematisch. Die Frage ist halt, wie gestaltet man das aus? Und da ist momentan, glaube ich, der politische Wille und der politische Realismus in London noch nicht so richtig angekommen. Naja, wobei dort das Problem noch anders gelagert ist, also durch die Geschichte der Republik Nordirland, von Nordirland und der Republik Irland. Erstens das und zweitens muss man auch bedenken, dass Norwegen und die Schweiz jeweils einen Sonderstatus haben. Das heißt, die akzeptieren ganz viele Regelungen, die von der EU festgelegt worden sind, bei denen sie nicht mitsprechen konnten, die sie aber trotzdem akzeptieren, damit das alles einfach ist. Und das scheint, soweit ich das beurteilen kann, in Großbritannien nicht durchsetzbar. Das wollen ja die Briten genau nicht. Ja, noch nicht. Ja, genau. Das kommt noch. Da kommt ja Reaktion. Irgendwann werden sie in Verzweiflung das akzeptieren. Sagt einmal, wir sind ja von, also es hat alles mit EU-Müten zu tun. Ich finde, wir machen uns ganz gut. Wir verlassen nicht komplett das Thema, wie es gelegentlich der Fall ist, aber trotzdem stellt sich mir ein bisschen die Frage, ob wir nochmal einen kleinen Moment in etwas seichtere Gewässer zurückrudern können, weil ich hatte... Darf ich seichte Dinge sagen? Ja, ich möchte gerne, dass du seichte Dinge sagst und ich hatte auch Alexander so ein bisschen so verstanden, dass er so sich so ein paar lustige Sachen losgesucht hat. Das nehmen wir mal als Topper. Ich schalte dann die Kamera ab und dann kann er loslegen. Nee, Florian, erzähl. Hast du was Seichtes? Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, dass es in Bezug auf den Brexit ganz, ganz wichtig ist, weil mir ging es immer so, dass ich mir gedacht habe, warum können die so deppert sein? Wie ist es überhaupt möglich, dass ein Volk kluger Menschen auf die Idee kommt, die EU zu verlassen? Und wenn man sich dann die Mühe macht, ein bisschen oder wenn man sich dem Schmerz aussetzt, britische Tabloids zu lesen, es tut wirklich weh. Ach, diese Art Seicht, alles klar. Da kam für mich schon so ein bisschen die Erkenntnis, es liegt möglicherweise, oder es hat zumindest zu tun mit der britischen Medienlandschaft. Was es da gab an Geschichten, die vor der Brexit-Abstimmung in den Zeitungen standen, eine, die, glaube ich, ein bisschen auch bei uns bekannt wurde, ist die Geschichte mit den Euro-Banknoten, die impotent machen, wer hat davon schon gehört? Niemand, hoffe ich. Außer Nana. Du siehst so, Nana lachst du, weil du das kennst? Das ist nur so absurd. Also ich habe das von den Münzen nicht gescheitert. Wenn man das nachrecherchiert, dann stellt man fest, es ist tatsächlich so, dass die Euro-Banknoten Substanzen enthalten, die hormonell aktiv sein können und möglicherweise dann auch, ich glaube nicht, dass es erforscht ist, aber denkbarerweise mit Potenz zu tun haben. Deswegen ist es nicht klug, mehr als 2.500 Euro-Scheine pro Tag zu essen. Zumindest nicht über längere Zeiträume. Was sagst du jetzt? Das wird nicht durchfohlen. Mit meiner Ernährung umstellen. Aber was witzig ist, ich habe genau das über das Hartgeld nämlich auch gefunden. Das ist ja noch schwerer zu essen. Das Euro-Geld macht impotent. Ich habe es da nicht ausgerechnet, inwiefern, weil das soll so viel Nickel enthalten. Und lustigerweise enthält aber der Euro, also das Hartgeld, deutlich weniger Nickel, als die alten Währungen enthalten haben. Also es ist genau entgegenläufig, wenn es ums Haargeld geht. Ja, aber da sieht man wieder mal die Struktur dieser Müll. Es ist ein Faktum drin, Bei dir ja, bei mir nicht. Meinst du, das ist einfach Bullshit. Das jetzt nicht vollkommen daneben ist, aber bei näherer Betrachtung löst es sich einfach in Luft auf und es ist dann gar nichts mehr da. Aber ein tolles Beispiel. Ich habe da was thematisch Passendes. Bitte. Und zwar die Behauptung, dass in der EU jetzt eine Einheitsgröße eingeführt wird für Kondome. Das ist schon ein älterer Mythos und der bezieht sich nämlich tatsächlich auf eine Richtlinie, die glaube ich 1993 eingeführt wurde. Da ging es nämlich darum, da war jetzt noch ein deutlich größeres Problem, als das heute ist. Und du hast gleichzeitig aber eine Situation gehabt, in der Kondome kaum reguliert waren. Das heißt, du hattest sehr viele, die einfach gerissen sind. Du hattest welche, die auch sogar ein bisschen durchlässig waren. Und da ist dann eine Richtlinie verabschiedet worden, von der ich nicht weiß, ob sie noch aktuell ist, die im Prinzip festlegt, dass sie nicht durchlässig sein dürfen, also was da die Normen quasi sind und wie reißfest sie sein müssen. Und tatsächlich, und daher kommt dann diese Kondomeinheitsgrößen-Sache, dass sie eine Mindestlänge haben müssen. Und die Mindestlänge sind 16 Zentimeter. Das ist, glaube ich, aus mechanischen Gründen sinnvoll, dass sie ein bisschen länger sein müssen. Da muss ich aber ganz kurz einmal, da kommt der alte Mann in mir durch, nochmal sagen, HIV, kein Problem. Wir müssen nochmal sagen, dass generell die sexuellen übertragbaren Erkrankungen eher ansteigend wieder sind. Und wir sollten alle bitte auf uns aufpassen. In der Tat, HIV ist besser behandelbar. Wir wissen viel mehr über die Ansteckungswege. Ist an vielen Stellen gar nicht so ansteckend, wie wir das ursprünglich mal gedacht haben. Aber ich sage auch nicht, kein Problem. Ich sage, ein größeres Problem, als es heute ist. Das ist der alte Mann. Man muss das jetzt nochmal anmerken. Hepatitis ist ein sehr, sehr großes Problem, weil sich Hepatitis auch wieder sehr verbreitet. Insofern, schön aufpassen auf euch alle da draußen. Das heißt also, auch da ist es so, man sagt, ja, und jetzt kümmern Sie sich sogar um die Kondomgröße. Und alles das ist sinnvoll. Die Einheits-Ehe, es ist wahnsinnig sinnvoll. Das Argument mit der Einheitsgröße vor allem war, glaube ich, ein Problem für die Leute, die eher kleine Gurke haben in Wirklichkeit, aber trotzdem gerne die Großen kaufen. Ach, okay. Ich verstehe. Ich höre knapp jetzt jeden Krümmungskommentar. ... und nachgucken, dass die nicht gleich weit sind. Also steht im Normalfall ja auf der Packung drauf. Genau, es ist ja die Mindestlänge festgelegt worden. Die Länge, nicht die Durchmesser, ja. Ich habe mal gehört, das ist ein völlig anderes Thema, hat nichts mit EU-Mythen zu tun. Aber dass bei den Astronauten irgendwie die Urinbeutel-Vorrichtungen, die dann also mit ins All geflogen sind, ursprünglich mal die Größen irgendwie auch S, M und L hatten. Und das fanden die aber dann nicht so toll. Und jetzt hatten sie dann nur irgendwie L, XL und XXL. Also man hat die dann umbenannt, einfach um den Leuten nicht so ein Schamgefühl irgendwie. Das ist ja ein Urinbeutel-S ist ein Schamgefühl, weil man wenig uriniert. Nee, die Vorrichtung, mit der du das quasi an deinem Körper... Anpflanscht. Kondomkatheter. Kondomkatheter. Okay. Alex, was steht denn auf deiner Liste noch so? Ander, meine ich natürlich. Danke, Tom. Ich habe es hinterher gesagt. Jetzt hättest du Danke, Tom E. Tom E., habe ich auch gesagt. Du hast mich noch nicht lange genug zögern lassen. Schön finde ich, in the way, auf das, was wir gerade besprochen haben, dass die EU das Spielzeug für Schweine vorgeschrieben hat. Ist das nett? Ja, und zwar ist das nämlich, hat die EU tatsächlich eine Richtlinie zum Beschäftigungsmaterial für Schweine erlassen im Stall. Manipulationsmaterial. Ach so, ich dachte, es klingt gerade so nach Montessori. Und damit war natürlich Stroh, Torf, Holz und andere Dinge gemeint. Aber natürlich hat da auch wieder, Nana hat das ganz am Anfang schon wieder gesagt, so ein Überschriftenschreiber gedacht, das müssen wir jetzt irgendwie fulminant ausdrucken. Und da müssen wir Emotionen auslösen, damit auf meinen Artikel auch geklickt wird im Internet oder meine Zeitung gekauft wird. Und dann war die Aussage, die man hinterher in der Zeitung gefunden hat, Spielzeug für Schweine. Also völliger Quatsch natürlich an der Stelle. Und eine ganz ähnliche Geschichte war dann, dass Kühe zukünftig wegen einer EU-Richtlinie Windeln tragen müssen. Und da kommen wir nämlich auf etwas zurück, was wir auch schon besprochen haben. Holm, wenn ich jetzt sage Nitrat, wirst du dich sicherlich auch an die Folge erinnern. Da ging es natürlich um die Nitratwerte in der Landwirtschaft und die Sorge, dass die Nitrate das Grundwasser zu sehr gefährden. Und man hatte dann irgendwann so die Überlegung, wenn die Kühe alle ihre Ausscheidungen unkontrolliert, das haben dann die Bauern gedacht, dann können die Kühe auch nicht mehr aufs Feld machen wegen Nitrat. Und es gab dann eine Protestaktion gegen die Regulierung der Nitratwerte. Und da hat tatsächlich dann ein Landwirt seiner Kuh eine Windel umgebunden. Das ist fotografiert worden. Und das war eine Protestaktion. Und daraus ist dann aber die Schlagzeile gekommen, die EU möchte, dass Kühe zukünftig Windeln tragen. Das ist all das, Nana, was du eingangs ganz kurz beschrieben hast, Emotionen, Kernwahrheit irgendwie, der dann aber so sehr verzerrt und verdreht wird. Und dann wird wieder Politik gemacht. Menschen wollen sich übrigens nicht verändern. Der Psychologe kann da wieder was zu sagen. Wir wollen immer, dass es genauso ist, wie es schon immer war. Und wenn irgendwas geändert werden soll, löst das ein Ungol sein. Aber es ging gar nicht um die Nitratwerte, die entstehen durch die Kühe. Nee, überhaupt nicht. Die Wiesen laufen. Nee, nee, es ging um das Düngen. Ja, ja, genau. Entschuldigung. Ja, genau. Also ich bin ja am Land aufgewachsen und habe noch immer, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, diesen beißenden Geruch in der Nase. Also das ist nicht die Technik. Ja, die Landluft. Genau. Also es geht nicht darum, dass die Kühe da etwas loswerden, wenn sie über die Wiesen laufen, sondern um das Düngen. Und ja. Also wir hatten den Fall tatsächlich, dass wir ja diese Untersuchung hatten von den unterschiedlichen Nitratmessstellen in Rheinland-Pfalz und da waren tatsächlich ein oder zwei Messstellen dabei, wo man stark davon ausgehen könnte, dass konnte, dass die erhöhten Nitratwerte tatsächlich von der Weide direkt neben dem Messpunkt stammten und nicht davon, dass da irgendeiner ein Feld gedüngt hat, weil da kein Feld war. Das mag sein, aber ich glaube nicht, dass das die Intention der EU verordnet wird. Ich kenne die Zahlen nicht gut genug. Überhaupt gar nichts. Und Filterkaffeemaschinen wollte die EU uns verbieten. Habt ihr das denn mitgekriegt? Nein. Was? Irgendwer hat Ja gesagt. Wer war das? Ich habe Ja gesagt. Also ich kenne die Story. Soll ich raus? Ja, na, lacht einfach mal. Okay, aber du musst sagen, ob ich es richtig habe. Ich glaube, der Vorwurf war, und ich weiß nicht in welchem Jahr, dass die EU Filterkaffee verbieten möchte, was aber tatsächlich der Fall war, ist, dass sie einfach geschaut haben, welche Geräte brauchen eigentlich unnötig viel Strom und haben gesehen, dass Filterkaffeemaschinen, wenn sie keinen Thermosbehälter haben, in dem der Kaffee aufgefangen wird und die Heizplatte sehr lang aktiviert haben, dass dann sehr viel Strom verbraucht wird und dass sie es quasi so reguliert haben, dass bei Filterkaffeemaschinen, wo es keinen Thermosbehälter gibt, die Platte, die den Kaffee warm hält, jetzt je nach 40 Minuten Abtritt oder irgend sowas. Also das ist ja total sinnvoll. Ja, genau so ist es auch. Das war im Januar 2015, genau, es war eine neue Verordnung, die gesagt hat, Geräte müssen sich nach einer gewissen Zeit automatisch in den Standby-Modus schalten. Und das hat man durchgerechnet, das spart 35 Terawattstunden Strom pro Jahr, also eine ordentliche Menge. Und daraus wurde aber gemacht, jetzt machen sie uns die Kaffeemaschinen kaputt. Ähnliches ja übrigens... Ja, alle Finanzämter schließen sofort. Ja, weil dann dieser Kaffee, der immer eine Woche lang da durchläuft, der ist dann weg und dann gehen die alle sofort ein. Übrigens bei der Gelegenheit kann ich mal, weil wir immer ja auf die EU, also das ist natürlich alles Quatsch, macht alles Sinn, hier in Hamburg gab es tatsächlich die Regelung, dass, weil du gerade Finanzamt sagst, Kapselmaschinen in öffentlichen Einrichtungen verboten worden sind vom Hamburger Senat aus Umweltgründen, weil man gesagt hat, dass viele Metall, Aluminium, was da in diesen Kapselmaschinen, in irgendwelchen Finanzzentren und anderen öffentlichen Einrichtungen verbraucht wird, das macht keinen Sinn. Und man hat dann tatsächlich hier für den Staat Hamburg das verboten. Man hat gesagt, das dürft ihr nicht mehr benutzen. Finde ich eine schöne Geschichte. Man hat nicht die EU gemacht, sondern mal selber geregelt. Nana, hast du gewunken? Ja, wenn ich kurz was sagen darf, so allgemein vieles, was uns als lästige Neuerung oder Veränderung unterkommt, hat eigentlich mit Umweltschutz, mit Klimaschutz, mit Verbraucherschutz zu tun, mit Konsumentenschutz, mit diesen Dingen, die sollen eigentlich helfen. Also ich hätte da noch so Topflappen und Grillhandschuhe in die Diskussion zu werfen. Was? Ja genau, wo dann die mehr kursierte, man dürfe keine selbstgemachten mehr verwenden, aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war der, dass die, die man erwerben kann, also die es köpflich zu erwerben gibt, ganz bestimmte Sicherheitsstandards haben müssen, damit man sich eben nicht die Finger verbrennt hat. Ja, der der Machina-Dinger in der Hand gehabt hat und die einfach mal benutzt hat und dann etwas angefasst hat und es wurde plötzlich ganz warm, trotz des Topflappens, ist froh, dass es so eine Verordnung gibt. Das ist mir mal passiert. Also ich wusste nicht, dass sie nicht aus der EU sind und habe mir die Pfoten verbrannt, weil ich etwas angefasst habe in dem Glauben, dass mir nichts passiert. War doof. Hat man Sie eigentlich mitbekommen, dass seit 2018 Bleigießen verboten ist? Ja, ja, natürlich. Ja, das haben bei mir viele nicht gewusst, mit denen ich gesprochen habe. Jetzt gibt es diese Wachs-Dinge. Jetzt ist es ja Zinn mit Wachs. Wir haben es versucht mit Wachs. Das hat wirklich nicht funktioniert bei uns. Also es ist schon das zweite Jahr. So, dass wir dann aufgegeben haben, aber irgendjemand hat, warst du das gerade? Zinn? Mit Zinn geht es super, ja. Und das ist nicht so giftig? Zinn umweltfreundlicher? Es ist bei Weitem nicht so giftig. Also das Blei ist wirklich ein Problem. Und sie haben halt die Regelung im Prinzip erlassen, dass ich glaube 0,3 Prozent Blei maximal in Spielzeug sein darf. Und beim Bleigießen sind es halt 70 Prozent Blei, was dann nicht so ideal ist. Und deswegen habe ich gesagt, dann habe ich mich jedes Jahr, also ich habe mich 45 Jahre meines Lebens einmal vergiftet. So viel Potenzial hätte mir geschickt. Und das ist noch kein einziges graues Haar, Tommy, wenn du mich weißt. Was weißt du denn mit dem Bleigießzeug? Ich meine, man isst es nicht. Naja, was ist das? Der Abrieb? Ja, weil es ist... Dann wasche ich mir auch die Hände noch mal. Ja, aber ich war mir nie die Hände noch am Bleigießen. Ja, ich habe mir auch nie die Hände gewaschen, wenn ich das Zeug in die Hand genommen habe. Plus, du schmeißt das ja meistens einfach in Mistkübel und du müsstest das eigentlich in Sondermüll schmeißen. Und das macht keiner. Und es gab so einen Aufruhr. Ganz Facebook war voll, jetzt wollen sie uns das Bleigier's Nano verbieten. Die Ongeläher, die schützen dich doch nur, du Vollidiot. Apropos schützen, das weiß ich auch nicht, ob das allen bewusst ist, aber diese OP-Masken, die chirurgischen Masken, die jetzt alle tragen, die müssen auch eine EU-Norm entsprechen, die im Prinzip festlegt, dass du da auch gescheit durchatmen kannst. Also diese ganzen Sorgen mit der CO2-Rückatmung und was, wenn ich jetzt wenig Luft kriege, sind alle mitunter deshalb unbegründet, weil die EU das so geregelt hat, dass es dieser DIN-Norm nur dann entspricht, wenn, also, dass es der entspricht, wenn es bei uns verkauft wird und diese Norm drauf geprintet ist. Genau, selbstgepassete Cellophan-Masken sind da nicht sinnvoll. Nicht so. Mir ist jetzt bei den Topflappen noch eingefallen, die Geschichte von den Katzen im Druckkochtopf. Kennt ihr die? Sag einmal, was? Das ist Schrödinger für Extremsportler. Das war das Sunday Telegraph. Das ist das Erstaunliche. Das ist eine Qualitätszeitung eigentlich, also zumindest nicht eine von den Schlimmen. Und der hat geschrieben, dass die EU vorschreibt, dass Katzen, verstorbene Katzen, nicht mehr im Garten begraben werden dürfen, sondern vorher im Druckkochtopf auf mindestens 130 Grad Celsius erhitzt werden müssen. Und auch das hat einen nicht vollkommen wahnsinnigen Hintergrund. Und zwar gab es da eine Regel in Bezug auf BSE-Kühe. Und damals... Moment mal. Was sind das für Druckkühe? Was sind das für Tömpfe? Wer hat so einen Kochtopf? Es gab einfach diese Überlegung, BSE-Krise, Rinderhirne enthalten Prionen, die vielleicht krank machen, Rinderwahn, große Angst. Da gab es dann eben die Regelung, dass verstorbene Rinder nicht einfach irgendwo vergraben werden dürfen, sondern damit BSE kein Problem sein kann, muss man das eben so weit erhitzen, dass diese Proteine kaputt gehen. Das BSE, also die Kuh. Die Kuh, genau. Das, was überbleibt von der Kuh. Das, was überbleibt. Was überbleibt wann? Wenn sie stirbt. Da ist doch immer noch die ganze Kuh da. Außer der Kuhseele. Ja, und das sollst du... Das kriegt man schlecht in den Druckkochtopf. Ja eben, wie kriege ich denn die Kuh in den Druckkochtopf? Das muss halt fachgerecht entsorgt werden, damit es halt keine Krankheiten auslösen kann. Genau, das machst du nicht in deinem privaten Druckkochtopf. So war das nicht gedacht. Aber ich nehme mal an, die Profis haben da so Kuhförmige... Kuh... Die so, weißt du, mit Beinen und allem und so einem Euter, was so eine genormte Kuh ganz gut eigentlich reinpasst. So ein Druckkochtopf. Genau, so sind die. Und das wurde dann eben vom Sunday Telegraph so interpretiert, als würde sich das auf sämtliche Tiere, auf Haustiere beziehen und man müsste jetzt die Katze in den Druckkochtopf stecken. Wobei es tatsächlich ab einer gewissen Größe, zumindest in Deutschland, durchaus vorgeschrieben ist, dass man Haustiere nicht einfach irgendwo verbuddeln darf. Das stimmt. In der Tierkotterbeseitigungsanstalt... Das ist auch sinnvoll, ne? Ja, ja. Sondern nur im Druckkochtopf. Das ist gar kein leichtes Wort, stelle ich gerade fest. Ich glaube, weil ich das selten sage. Druckkochtopf. Druckkochtopf. Dachte auch mal Schnellkochtopf. Das geht nicht. Ah, Schnellkochtopf. Das ist da. Ja, Druckkochtopf. Wo es nicht korrekt ist, der Physiker sagt natürlich Druckkochtopf. Ah, dann freue ich aber, dass du auch stolperst. Ich sage es nie wieder. Druckkochtopf. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Aber ich meine, das führt irgendwie immer wieder zu diesem selben Punkt und der führt uns zurück zu Nanas eingehenden Worten, dass da Dinge aufgegriffen, skandalisiert, laut gemacht, verächtlich gemacht werden, einfach um eine lustige Schlagzeile zu haben oder um vielleicht einen Schuldigen zu benennen oder was auch immer. Auf jeden Fall da, auf die da oben zu schimpfen, die mit ihrem Scheiß, weil das halt einfach populär ist und gut funktioniert. Und wir haben dann den Dreck im Schachtel, dass hier sich eine, 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 eine Skepsis, die eh schon da ist, verbreitert, vergrößert und einfach zu einer ganz großen, zu einem, zu einem negativen, einem negativen Image der EU führt mit diesem ganzen Kram. Der, der auch in meinem Hirn da ist, weißt du? Ach, was wir auch nochmal erörtern können. Was mir gerade einfällt, ist ja, dass wir alle Zahlen, wie blöden, für die, für diese EU. War da in Anführungsstrichen gerade irgendwo was? Ja, ja, alles in Anführungsstrichen, was ich sage. Den ganzen Tag schon. Auch heute Morgen schon bei deiner ersten Fachbeschreibung. Also gerade wir Deutschen, wir, wir finanzieren ja den ganzen Bums. Also das ist ja, wir, wir sind ja so reich, dass wir das alles finanzieren können. Unglaublich. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir eine relativ große Summe, sogar die größte Summe, in den Topf einzahlen. Aber es geht natürlich da auch darum, wie viel pro Kopf eingezahlt wird. Und da ist Deutschland eigentlich relativ entspannt. Da sind unsere niederländischen Freundinnen und Freundinnen deutlich stärker belastet. Also insofern, das ist natürlich umgelegt, was eingezahlt wird. Und wir sind halt relativ viele Menschen in der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen ist das dann auch ein bisschen mehr, was wir in den Topf einzahlen. Aber es ist bei weitem nicht ungerecht und keine ungute Belastung und umgedreht. Ich habe es ja schon mal gesagt, haben wir dafür eine sehr, sehr starke Währung ja auch in der Tasche. Und ich habe mir eben gerade nochmal parallel, ich muss noch so ein bisschen sentimental werden, mir nochmal so diese Karte angeguckt von Europa und darüber nachgedacht. Jetzt haben wir so gut 70 Jahre oder 80 Jahre schon fast, noch länger, Frieden auch innerhalb, unterhalb der Staaten. Und wenn man mal anfängt, in die Geschichte hineinzugucken, auch mal unabhängig von Deutschland und dann einfach mal schaut, wer alles so in der EU organisiert ist und wer alles mit wem dann immer mal im Krieg und Konflikt gelegen hat, das haben wir aktuell alles nicht, weil wir miteinander reden, weil wir miteinander Demokratie machen. Das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Geschichte, die man auch vielleicht einmal unterstreichen kann. Ja, Frieden ist schon eine geile Scheiße. Und ziemlich cool, ja. Ich glaube schon, dass das ein großes Problem ist, dass viele Menschen, da sie den anderen Zustand nicht kennen, mir geht es jetzt nicht um Nostalgie oder irgendwas oder um die Alten sind immer die Schlauen, aber dadurch, dass man sich nicht mehr kennt oder so wie jetzt in unserem Fall, dass wir keine unmittelbare Kriegsgeneration sind, dass viele von uns den Wert dessen einfach nicht kennen, weil er ja nur noch abstrakt erklärbar ist. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig, denn wie großartig ist das? Ja, Frankreich ist nicht mehr der Erbfeind. Ja. Wie schön, wie wunderbar. Ja, wir haben immer noch da dieses Hermannsdenkmal, was seinen Schwert gen Erbfeind reckt. Ja, das Ding steht da, aber das hat Gott sei Dank für niemanden mehr wirklich eine Bedeutung und wenn es diese Bedeutung hat, dann ist er ein Arsch. Es ist ganz wunderbar. Und umgedreht, vielleicht einfach, weil das Wort vorhin schon einmal gefallen ist, Krise im Hinblick auf Menschen, die nach Europa kommen und hier Frieden suchen. Das hat mich, seit wir diese Situationen haben, immer gestört. Das ist keine Krise, die wir haben. Die Krise ist nicht in Europa, die haben nicht wir, sondern die Krise ist woanders. Und Menschen wollen fliehen dieser Krise entgegen und wollen in Frieden und Freiheit leben. Und das hat uns nicht unlauter belastet, schon gar nicht in Deutschland oder in Europa, sondern wir können sehr wohl anderen Menschen helfen. Wir sollten das auch tun. Und wenn wir auf die deutsche Geschichte schauen, wenn ich auf meine ganz persönliche, private Geschichte schaue, meine Mutter ist seinerzeit aus den Ostgebieten, wie es dann so hieß, geflohen vor dem Russen und ist nach Deutschland gekommen. Und ich bin im Grunde genommen da schon sehr, sehr lange her. Aber auch ich habe in diesem Kontext einen Migrationshintergrund, wenn man es denn mal so formulieren möchte. Und das ist gut und das belebt unser Land. Und das ist halt schade oder sehr gut. Auf der einen Seite, dass wir keinen direkten Bezug mehr zum Krieg haben. Aber es gibt leider Menschen, die gar nicht so weit weg von uns sind, die diesen Bezug sehr, sehr wohl haben. Und auch da ist Europa, ein starkes Europa, total gut, dass wir diesen Menschen Schutz, Frieden und eine neue Chance bieten können. Und deswegen mag ich dieses ganze Wort Krise, in welchem Kontext das auch immer benutzt wird, überhaupt gar nicht. Das ist allenfalls eine Herausforderung und die können wir sehr, sehr gut stemmen. Und das sollten wir auch tun. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Alle miteinander. Das hast du sehr schön gesagt. Ob wir dann doch bei der europäischen Flüchtlingspolitik sind. Ja, natürlich. Wir sind aber auch beim Thema. Ja. Nana? Wir sind auch beim Thema, Entschuldigung, europäisches Narrativ. Also, dass der Frieden nicht allein reicht, um eine gemeinsame Erzählung zu stiften, länger moniert. Dass die Wirtschaft nicht journalisiert, geht den Leuten irgendwie unter die Haut. Ist auch klar. Frieden war ein ganz starkes Argument, solange sich die Leute noch bedroht gefühlt haben oder erinnern konnten. Und jetzt stehen wir vor der Frage, was ist quasi das nächste Narrativ? Und diese Idee United University, wie das Motto der EU lautet, ist zwar schön, also in Vielfalt geeint, aber zu komplex oder kompliziert. Das geht den Leuten auch nicht unter die Haut. Wir von Europe United hätten einen Vortrag, das menschliche Europa, als Hauptschlagsatz oder als Narrativ, mit vor dem Hintergrund natürlich der europäischen Grundsäulen und Freiheit, Sicherheit, Mitmenschlichkeit als Hauptwerte. Wir haben sogar eine europäische Deklaration geschrieben zu dem Thema. Wollte ich nur kurz einwerfen. Zu finden auf europeunited.eu. Die auch gerade? Nee, EU handelt jetzt und EU-Fake-News wird von Streamlabs gerade gepostet. Dann sag das nochmal, was du gerade gesagt hast. Ja, das ist europeunited.eu, die Homepage von unserer Organisation für ein menschliches Europa. Wir haben uns die Mühe gemacht, ein Leitbild für Europa zu entwerfen, weil eigentlich wird Europa nie so richtig kurz und knackig kommuniziert aus meiner Sicht. Ich habe ja viel mit Unternehmern zusammengearbeitet, Positionierungsfragen, Fragen eben wie Leitbilder entwickelt und da haben wir eine ganz klare Nutzendefinition, Kernwerte, einen Glaubenssatz, handlungsleitende Prinzipien, Vision, Mission, ist alles auf einer A4-Seite. Aha, das war der Punkt, der mich interessiert. Es ist alles auf einer A4-Seite und wie weit muss man reinzoomen, bis man es lesen kann? Nein, es ist nicht so schlimm. Mit dem Mausrad? Nein, es ist wirklich übersichtlich. Die Frage ist legitim, was kommt nach dem Frieden, unter Anführungszeichen, als wirklich mitreißende Erzählung. Hier mal ganz kurz ein Lob, das muss ich jetzt einwerfen, ein Lob an die Moderatoren, Entschuldigung, McDrog und Mimbutzki, zack, da ist der Link auch schon direkt zum Anklicken. Moderatorenloben, der Hashtag, mal zwischen den ganzen Holm, Gero, Dünglers, muss man die auch mal loben. Und wen habe ich jetzt unterbrochen? Den Holm, oder? Holm. Ja, ich wollte nur sagen, es ist natürlich, Frieden ist natürlich sowas Existenzielles, dass es sehr, sehr schwer sein wird, ein Narrativ zu finden, dass das, dass diesen Stellenwert übernehmen kann. Also, der reicht doch. Dann behalten wir den doch. Ich würde eher sagen, ergänzen. Ergänzen, ich wollte gerade sagen, man sollte ihn ja auch nicht als Narrativ sozusagen zu den Akten legen, sondern ihn vielleicht um diese neuen Narrative ergänzen. Übrigens, wenn wir von einem vereinigten Europa sprechen und von europäischer Zusammenarbeit und auch mehr Gemeinschaft, dann reden wir nicht davon, dass der Einzelne sozusagen das, was er für seine oder seine Alltagskultur hält und was er so erlebt, deswegen aufgeben muss. also mal abgesehen davon, dass Kultur ohnehin ständig im Wandel begriffen ist und ohnehin ständig im Austausch steht und es so etwas wie eine eigenständige, in sich abgeschlossene Kultur, die sich niemals verändert, überhaupt gar nicht gibt, ergänzt sozusagen das, was Europa ausmacht, eine eventuelle europäische Kultur, nur noch die Alltagskultur, die ich ohnehin schon lebe als Mensch in meinem Land. Also das schließt sich nicht aus, sondern das ergänzt sich einfach gegenseitig und die EU ist sich natürlich auch bei ihrer Kulturpolitik dessen bewusst, dass man die, sagen wir mal so, die Kulturgeschichte und die kulturellen Errungenschaften der Mitgliedstaaten nicht irgendwie überbügeln darf, sondern im Gegenteil, dass es da Mittel geben muss, um diese Kultur zu fördern und da werden ja sicherlich, also da werden auf jeden Fall auch schon Programme entwickelt und sind auch schon entwickelt worden, die laufen, die in dem Bereich sehr, sehr wichtig sind. Also das nochmal zum Kulturpunkt. Und ich möchte einmal Richtung Holm noch ganz kurz werfen, weil du gesagt hast, dann sind wir beim Thema Flüchtlingspolitik. Das war natürlich alles ganz pathetisch, was ich gerade gesagt habe und über wie wir das dann ja, klar, danke, weiß ich. Aber wie wir es gestalten, da sind wir wieder beim demokratischen Prozess und wie wir das für alle gemeinsam am besten machen, das wäre dann wieder ein ganz eigenes Thema, wie man das angeht und da gibt es wieder unterschiedliche Meinungen. Da sind wir wieder im demokratischen Prozess, darüber kann man Diskurs führen, und das ist natürlich völlig klar, aber das einfach nur nochmal in die Richtung, also da können wir es wahrscheinlich in der eigenen Sendung machen. Das war ja ein ganz starkes Argument beim Brexit auch, neben dem ganzen Finanziellen, dass sie die, und ich glaube, das wird auch immer bei den EU-Diskussionen ein großes Thema sein, dass diskutiert wird, können wir als einzelnes Land entscheiden, wie viele Flüchtige wir aufnehmen. Kontrolle. Weiß man da eigentlich was von nach dem Brexit, ob sie das drosseln konnten oder ist das wie zu erwarten weitergegangen, weiß man, ob das einen Unterschied gemacht hat oder können sie zumindest die Populisten das als Punkt verbuchen, dass sie sagen, wir machen jetzt den großen Orban und machen alles zu, ist mir wurscht oder Der Brexit ist ja auch passiert, aber die Verhandlungen über die Austrittsregelung, die laufen ja noch, also würde das nicht, wenn ohnehin erst ab dem nächsten Jahr irgendwie dann konkret werden. Vielleicht ist es ja Teil der Austrittsregelung. Jaja, also eben, da wird ja eventuell noch Aber es gibt eben genau keine Aufteilung von Flüchtlingen in der EU. Ja, aber sie könnten sich dann eventuell dagegen wehren, wenn denn einer käme. Ja, es ist ja sehr, sehr interessant, dass wir gerade in der Bundesrepublik Deutschland eine große Debatte darüber haben, wo wir Menschen aufnehmen und wer nimmt Menschen auf und es gibt ja inzwischen auf der föderalen Ebene ein bisschen zu Gemeinden, die jetzt einfach sagen, mir wurscht, was ein Bundesinnenminister sagt und ob der das will oder nicht, wir wollen Leute aufnehmen. Das ist ja auch eine interessante Entwicklung. Das haben wir, also das Modell des föderalistischen Deutschlands, was ja sehr, sehr unterschiedlich schon ist in seinen Stadtstaaten und Landstaaten, ist ja immer ein gutes Modell für die EU. Das funktioniert ja innerhalb Deutschlands dann auch dieses Rumgestreite und dann irgendwann dann doch den Kompromiss finden, der für alle, sagen wir mal, am wenigsten wehtut. Das ist ja Demokratie. Also uns fliegen ja alle nicht gebratene Tauben in den Mund, aber idealerweise, da erinnere ich mich an ein Gespräch, was mit Florian vor vielen Jahren geführt hat, was mich bis heute nachhaltig beeindruckt und wo ich immer wieder dich gerne zitiere, dass ja das wissenschaftlich kritische Denken auch was Urdemokratisches ist und wenn das, wenn wir alle Lobbypolitik mal außen vorhalten würden und alle Menschen zusammenkommen würden und sagen würden, so jetzt gucken wir uns mal wirklich ganz nüchtern eine Sachlage an und versuchen dann den besten Kompromiss zu finden, der den meisten Leuten am wenigsten wehtut, dann wäre uns ja schon sehr geholfen und wir wissen alle, dass Politik so generell nicht funktioniert, das heißt aber nicht, dass wir nicht alle, jeder für uns, so wie wir können, darauf hinarbeiten, dass es mal so wird. Das wäre ja gut. Ich hatte eigentlich noch zwei Dinge auf dem Herzen, wo ich wenigstens eins jetzt noch kurz reinwerfen wollte. Hier wird auch immer mal wieder die Partei Volt übrigens erwähnt, wie wir dazu stehen, finden wir das gut und so weiter und so fort. Ich glaube, die politische Meinung muss sich jeder selber bilden. Also ich würde grundsätzlich hier keine Wahlhilfe geben. Das ist ein wissenschaftlich kritisches Denken. Lest die Parteiprogramme, schaut euch das an, seid kritisch und entscheidet dann selber. Das solltet ihr selber tun, nicht weil wir irgendwas sagen. Das Thema, was mir noch so ein bisschen auf dem Herzen lag, ist, wir haben ja jetzt mit dem Herrn Semsrott und mit dem, na, wie heißt der gleich? Sonneborn. Sonneborn. Zwei Leute in Brüssel, die ich persönlich, und das ist meine persönliche Meinung, ich finde das nicht so richtig hilfreich. in meiner Blase kommt das eigentlich so an, als wäre es genau dasselbe wie die EU-Mythen vom Effekt her, nämlich, dass das alles, das ganze Ding einfach nur lächerlich gemacht wird und ich verstehe vieles davon, aber ich mag, ich persönlich finde, dass das da nicht, wie gesagt, meine persönliche Meinung, dass das da so eigentlich nicht hingehört und das, ich habe wirklich immer wieder ein richtiges Problem damit und wenn dann auch teilweise so Dinge so formuliert sind, wo ich dann jetzt auch aus unseren Ferngesprächen weiß, zum Beispiel, wenn der Sonneborn dann zum Beispiel schreibt, also die von der Leyen jetzt ist dafür, sie ist dafür und sie ist für Glyphosat, wo ja wir mittlerweile wissen, dass das eben, dass man eben nicht einfach sagt, ich bin für Glyphosat oder gegen Glyphosat, sondern dass das eben eine, naja, dass es halt nicht so einfach ist und mich nervt, mich nervt das irgendwie, ich, obwohl ich selber Comedian bin, aber mich nervt's. Ähm, da ich ja nun mal Parteimitglied bin, Erklär's mir. in der Partei, ähm, will ich, will ich einfach nur sagen, dass der, der Benefit, glaube ich, in Deutschland, äh, durch diesen, ähm, Sitz von Martin Sonneborn in der EU ist, dass viel mehr über die EU in Deutschland gesprochen wird. Das würde ich sofort auch unterschreiben, das stimmt. Äh, 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 denn, äh, ich weiß noch, als er damals da gewählt wurde, das erste Mal und dann gesagt hat, guck mal, was wir hier alles, alle verdienen. Und plötzlich wusste jeder, was so ein EU-Parlamentarier verdient. Das hat vorher keinen Menschen interessiert. Aber braucht man dafür wirklich ein politisches Amt, um diese Art von Kommunikation betreiben zu können? Naja, es hat zumindest, es hat zumindest den Diskurs angestoßen, ob das, äh, äh, wie es, äh, passiert ist und ob das, was gesagt wird, immer noch nach wie vor gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es drückt immer wieder die EU und das, was in Brüssel passiert, in den Fokus. Äh, wenn, wenn dann Dinge, wo man heute sagt, das muss man eigentlich anders bewerten, dann wieder zu unkritisch, äh, dargestellt werden. Zu polemisch einfach. Ja. Ich habe den Eindruck dann, ich habe den Eindruck, dass es darum geht, auch das immer wieder sehr extrem zu kritisieren, eigentlich so alles und das ist doch irgendwie nicht. Es geht nicht um Kritik, es geht um Überspitzung, die Aufmerksamkeit generiert, das ist alles. Ja, aber das ist doch bei den, bei diesen EU-Mythen genau das Gleiche. Da wird doch auch überspitzt, äh, eine lustige Schlagzeile mit den Kühen in Unterhosen gefunden. Und wo ist denn da der, also auch jetzt von polemisch von mir, aber kann jemand verstehen, was ich meine, oder ist das so? Ja, ich verstehe das total und da hat bei mir auch, ähm, sozusagen, so ein, so ein, ähm, Sinneswandel eingesetzt. Ich fand das am Anfang, ähm, irgendwie witzig und spannend irgendwie und fand das cool, was er da so berichtet hat, aber ich erwische mich gerade in letzter Zeit wirklich immer eher bei dem, ähm, was du gerade gesagt hast, Tommi, dass ich sage, äh, okay, ähm, sollten wir jetzt, ähm, gerade in diesen Zeiten, wo es wichtig ist, dass wir eher zusammenarbeiten und auch Probleme gemeinsam anpacken, ähm, wirklich immer nur diese überspitzten, äh, Kritikpunkte, diese, diesen satirischen Ansatz, der dann aber so im Raum stehen bleibt, und mit dem man sich ja erst mal auseinandersetzen muss, überbetonen, oder sollten wir vielleicht erst mal gucken, was läuft denn ganz gut und wo können wir jetzt drauf aufbauen? noch banaler, können wir nicht einfach jetzt mal was zusammen machen? Ja. Weißt du? Ja, ja. Das ist, das ist so gegen und es ist so, ja, Stör, Störfaktor mäßig und so, haha, da kann ich jetzt nochmal einen ziemlich guten Gag machen und das, das widerstrebt mir als Comedian einfach auch irgendwie, weil es destruktiv wirkt auf mich. Aber auch, obwohl ich merke, dass es weniger wird. Ich habe den Eindruck, dass insbesondere Herr Sonneborn, Sonneborn, ernsthafter wird. Ich weiß, das kannst du vielleicht besser sagen, Alexander, ist das so, dass er, ich habe ihn vor ein paar Jahren mal gefragt, ob die Partei immer am Anfang wird, ernsthafte Politik zu betreiben und da hat er mir garantiert, dass das nicht passiert. Ähm, es, ich weiß, was du meinst, es ist einfach Satire, Satire tut weh und das ist ein Zeichen dessen, äh, was in einer Demokratie auch gehen muss und soll. Äh, und dass es dich, dass es dich stört, ist eben auch gut, aber ich bin, ähm, ich will mich da jetzt gar nicht festlegen, ob ich das gut oder schlecht finde. Es führt zu Diskurs und wir reden da jetzt auch gerade schon wieder und wir machen uns Gedanken darüber und zumindest weiß man mal, was von Frau von der Leyen will, äh, sowas. Also, das, ich finde das nicht so schlimm und wenn man dann auch sieht, äh, Schlimm, so schlimm finde ich es jetzt auch nicht wirklich. Es stört dich, es ist zu viel. Ja, ja. Ähm, oder eben, was so an Vorstrafenregistern da so auch rumsitzt in, in, in Brüssel, das ist ja auch mal ganz interessant und welche Straftaten da auch, passieren, wenn irgendwelche Leute in Finanzkommissionen wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden sind, das ist halt so, wo man sagt, na gut, was, aber dann bin ich beide, da müssen wir natürlich den nächsten Schritt machen und müssen sagen, was machen wir denn dafür, dass dann irgendwann mal ein anständiger, in Anführungsstrichen, Mensch diesen Posten innehat oder jemand, der eben vorher kein Geld veruntreut hat. Das müsste jetzt der nächste Schritt sein, da bin ich beide, jetzt müssen wir mal anfangen, konstruktiv zu werden und insbesondere, vor dem Hintergrund, dass es ja ausfranst, so an den Rändern und da müssen wir eher noch mehr zusammenrücken und nicht Dissens immer nur. Jetzt schreibt hier der Kelkrimmer, wir haben 100 Abgeordnete aus Deutschland, wie viel setzen sich in der Öffentlichkeit für eine humane Politik ein, wieso kritisiert man Martin Sonneborn und nicht die Rassisten? Das ist sehr einfach ausgedrückt, würde ich jetzt mal sagen, er ist mit Sicherheit nicht der Einzige, der sich für humane Politik einsetzt und wir kritisieren die Rassisten die ganze Zeit. Immer. Immer. Stunden, Tage, und ich würde mich jetzt auch davor scheuen, auch CDU, SPD und oder grünen Politiker oder auch FDP-Politiker, also alle demokratischen Parteien, die im EU-Parlament sitzen. Als inhuman zu bezeichnen, ist einfach falsch. Das ist... Holm, du als politisch aktiver Mensch, wie siehst du das denn? Wäre jetzt ich? Ja, du, du bist glaube ich der Holm. Ja gut, also ich bin, ich bin immer sehr beeindruckt von dem, was die Partei so vor Ort macht, was da an kreativen Aktionen kommt, und was da an spannenden Ideen rumgeht, finde ich ganz toll. Für mich hört es in dem Moment auf, wo man sich irgendwo reinwählen lässt. Also da ist für mich einfach vorbei. Was meinst du mit irgendwo reinwählen? Naja, also in dem Moment, wo man ein öffentliches Mandat wahrnimmt und nicht die Absicht hat, da auch konstruktiv mitzuarbeiten. Da ist bei mir jedes Verständnis vorbei. Ich meine, dass jemand ein humorvoller Mensch ist und Politik macht, finde ich persönlich großartig. Ich finde nur Politik nicht witzig. Glaube ich, das ist es einfach. Kann sie aber auch sein. Bitte? Kann sie sein, unfreiwillig. Wir haben doch so viele Entertainer erfolgreich. Ja, wir haben ja so viele erfolgreiche Entertainer. Entertainer an politischen Positionen, an Spitzenpositionen, die sagen, was sie denken, die authentisch wirken, die unwitzig sind. Und man muss... Keine Ahnung, Netflix-Generation, wie auch immer, aber wir wählen. Was meinst du, Martin? Ich glaube nicht, dass es funktioniert, jemanden, der sehr witzig ist, an eine politische Position zu heben. Du, also Johnson ist gar kein schlechter Comedian, tatsächlich. Der ist sogar ein richtig guter. Er hat halt einen Gag. Und das ist der, ich habe verwirrte Haare und mache verwirrte Witze. Aber den macht er echt richtig gut. Und es gibt gerade, also in England, finde ich, gibt es wahnsinnig gute, komediantisch extrem talentierte Vortragende. Aber... Ich muss auch noch ganz kurz... Das ist Beppe Grillo geworden, fällt mir gerade so ein. Beppe Grillo, stimmt. Der war doch Comedian. Oder ist Comedian. Ist der nicht irgendwie auch so? Hat sich der nicht auch radikalisiert? Oder war es immer schon? Fünf Sterne? Oder wie hießen die? Wie hieß diese Partei? Da bin ich jetzt gerade vollkommen überfragt. Wo die sich hinentwickelt haben. Ja. Ich muss aber auch ganz kurz noch sagen, Holm, es gibt schon einige Entscheidungen auf der EU-Ebene, wo Herr Sonneborn dann letztendlich auch sehr verantwortungsvoll in seinem Abstimmverhalten agiert hat. Also das ist... Man kann da schon auch ein politisches Muster erkennen. Also es ist... Also da... Zahlenzauber und schreibt... Das haben schon mehrere geschrieben. Ich habe den Eindruck, dass der Semsrott konstruktiv bei der Grünen Fraktion mitarbeitet. Der Eindruck war bei mir auch so. Ja, Fünf-Sterne-Bewegung hat sich sehr nach rechts entwickelt. Mhm. Populistisch. Wo wir bei Sternen sind, zum Abschluss mal eine Frage in die Runde. Was ist denn jetzt, wenn der Brexit verzogen ist? Die Fahne hinter Florian, die da hängt... Die kann er dann verbrennen. Ach nee, kann er nicht. Nee, kann er nicht verbrennen. Aber... Oder das T-Shirt. Ja. Ist es denn dann so, dass ein Stern weniger in der Ebenfahne dabei ist? Nein, es stehen die Sterne ja gar nicht für die Staaten. Ah. Schaut mal, wie die Nana nickt gerade. Die wusste das nämlich. Ja. Für was steht die denn dann? Für Vollkommenheit. Das Problem. Das hast du gerade erfunden. Zwölf sind ja schöne Zahlen. Das war nämlich schon bei der Gründung der EU so, dass zu Beginn auch noch gar nicht so ganz vollkommen klar war, wie viele Staaten denn das ja jetzt wirklich sind. Da war das Saarland noch so eine komplizierte Sache. Und ich glaube, das gehört... Großbritannien war eh noch nicht dabei. Bitte? Großbritannien war eh noch nicht dabei. Richtig, genau. Und das war der Grund, dass man sich von Anfang an gar nicht darauf eingelassen hat, zu sagen, jedes Land bekommt einen Stern. Also die Idee war schon da, aber man hat früh gesehen, dass das kompliziert wird. Und deswegen hat sich die Zahl der Sterne auch niemals geändert. Also wichtig war der Kreis. Der steht als Symbol für die Einheit. Und ganz tatsächlich stehen die einzelnen Sterne für die Werte der Einheit, Solidarität und Harmonie zwischen den Völkern Europas. Das wollte ich auch gerade zitieren. Genau, sehr schön. Genau so ist es. Aber gab es auch beim Brexit als Mythos, dass dann eben ein Stern gekillt werden müsste, wenn Großbritannien rausgeht. Aus der Wahrnehmung, dass die zwölf großen Staaten... Dann geht es natürlich nicht, dass die austreten, sonst müssen wir neue Flaggen kaufen. Es kommen jetzt einige Leute, die sagen, nein, die Partei nimmt Politik ernst, sehr ernst. Satire ist nicht immer lustig, siehe die EU-Flagge mit den zwölf Vertrunkenen und so weiter. Das sind auch wieder die Dinge, wo ich bei Holm bin, wo ich sage, das ist effektiv, das funktioniert, das hat eine Wirkung. Ich finde sehr viele Plakataktionen, gerade wenn es gegen die AfD geht, wahnsinnig cool. Ganz, ganz großartig. Und hier steht auch noch, Sonneborn stimmt mit Linken und Grünen, wenn sie ihn um Unterstützung bitten. Er ist nicht einfach ein Satiriker ohne Einstellung. Er ist klar positioniert. Weiß ich zu wenig drüber. Mein Eindruck ist gespalten und ich mag einfach nicht... Ja, er ist nicht zu unterschätzen. Er ist extrem gut, aber in seiner Kommunikation, denn wir nehmen ihn alle wahr. Ja, absolut. Das ist extrem gut. Ja, das ist Donald Trump auch. Nein. Bei dem Vergleich würde ich jetzt, aber der hinkt ein bisschen Holm. Also bei aller Liebe Holm, da muss ich jetzt einfach mal intervenieren. Der ist nicht zulässig, dieser Vergleich. Und das von einem Physiker. Oh Mann, da muss ich großes... Das haben sie schon zusammen. Entschuldige, was hast du zu Nana? Nana, nochmal bitte. Ich habe immer wieder so einen Tonaussetzer und ich höre und sehe nicht, wo ihr seid. Entschuldigung. Ja, du hast dein Internet lagged tatsächlich und du verschwindest manchmal. Traurig, traurig. Das stimmt. Ich wollte dir sagen, dass beide nicht nur entertainen, sondern irritieren und Vorteile bedienen. Insofern sind sie einander schon ähnlich. Aber nur darin. Und das auch nur bedingt. Also ich finde, man kann einfach Sonnebohren nicht all diese schrecklichen Dinge unterstellen, die Trump täglich... Es geht nur ums Prinzip zu irritieren und Vorteile zu bedienen. Sonst nichts. Und Trump macht, ob der das absichtlich macht, sei mal auch dahingestellt. Der irritiert auch, glaube ich, ganz auf gut ab. Trump irritiert ja auch nur uns. Der irritiert nur seine Anhänger nicht. Aber er bedient die Vorteile. Das tut er grandios, ja. Tja, was nehme ich jetzt damit? Außer, dass ich mal wieder im Mittelteil irgendwo was von der Leyen eigentlich genau für einen... Das ist wirklich entlarvend eigentlich. Ich war sehr dankbar, dass ein paar Leute im Chat gesagt haben, sie wissen es auch nicht. Dann komme ich mir nicht ganz so blöd vor. Nein, ich korrigiere. Wir kommen uns einfach zusammen blöd vor. Und dass ich tatsächlich viel zu wenig weiß, dass es wieder mal großartig ist, dass ihr so viel wisst und dass einfach... Ja, dass ich noch einiges jetzt an Googeln vor mir habe und mir mal die EU-Pyramide da ganz genau anschaue und wie die ganzen Bezeichnungen heißen. Das ist nämlich echt peinlich. Das sollte man nämlich eigentlich wissen. Dringend. Und da gelobe ich wirklich Besserung. Bitte frag mich nicht. Ich musste auch sehr, sehr viel nachlesen. Gebe ich zu. Das ist total lieb von dir, Alexa, dass du das jetzt sagst. Es ist schade, dass ihr beiden übrigens getrennt seid. Ich fand das immer... Aber das ist, weil du aus der Partei ausgetreten bist, mussten die Katze... Ja, da scheiden sich die Geister. Also vielen Dank. Achso, Bücher, Bücher wird hier... Ach, das ist aber nett. Ich nehme mal an. Deswegen wurde das hier kurz reingeschrieben. Das soll auf jeden Fall zum Abschluss dieser Runde noch passieren. Florian, du hast ein erfreulich erfolgreiches und erfreulich tolles Buch geschrieben. Magst du das mal ganz kurz in deine Kamera halten, bitte? Oh, sehr gern. Dass bei uns in der Familie herumgereicht wird und sehr geliebt ist. Bei uns auch. Ob es erfolgreich wird, muss sich erst zeigen. Das liegt jetzt an allen Leuten, die zuhören. Das Buch heißt Die Schwerkraft ist kein Bauchgefühl und ist so eine rasante Achterbahnfahrt durch Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie. Ein Buch, das versucht zu erklären, was Wissenschaft eigentlich ist und warum es eine gute Idee ist, der Wissenschaft zu vertrauen. Ich hatte den Eindruck, es ist erfolgreich, weil meine Bubble ist voll mit diesem Buch. Ich folge allerdings bei Facebook auch nur Hoaxilla und dir vielleicht. Ach, die Stichprobe. Jetzt mach doch mal Bewerbung. Wo könnte man denn ein längeres Interview mit dir, wo du das auch noch ein bisschen ausführlicher darstellst, Florian? Ich dachte, das Buch ist vielleicht möglicherweise... Ich weiß es, weil... Ja, also das Buch ist erfreulicherweise, und ich bin euch so dankbar dafür, vorgestellt worden bei der letzten Hoaxilla-Folge, wo wir gemeinsam geplaudert haben und ich finde ganz, ganz viele spannende Dinge angesprochen haben rund um Wissenschaft und wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Das Kinn ist so trocken. Es tut mir fast ein bisschen weh. Nein, es ist gar nicht trocken, dein Buch. Nein, ich glaube, es war ein lustiges Gespräch. Ich hatte viel Spaß dabei. Warte mal, ich zitiere mal gerade, was jemand geschrieben hat, weil das fand ich so wunderbar. Nicht, weil es jetzt unser Gespräch war, aber ich fand das so ein geniales Zusammenfassungs auf Twitter. iPhone spielt neue Hoaxilla-Folge an. Ich höre Interview, Wissenschaft und denke, meh, öde, will Geister oder Aliens. Oder als Interview startet, gefühlte zehn Minuten später ist eine Stunde durch. Kurz, geil, sehr unterhaltsam, lehrreich und so gar nicht, meh, danke. Na, schau mal hier. Übrigens bei... Was ja an dir liegt, Florian, nicht an uns. Also du hast... Ach, das haben wir gemerkt. An euch allen dreien. Also ich möchte an der Stelle wirklich auch nochmal sagen, wie viele tolle Nachrichten uns auf alle möglichen Kanälen zu den Ferngesprächen erreichen. Das ist wirklich großartig. Wir lesen die alle. Wir teilen die auch gerne in unseren lustigen Gruppen und erfreuen uns wirklich sehr daran. Und es mehren sich wirklich die Nachrichten von Leuten, die sagen, jetzt mal ganz banal gesagt, hab geschwurbelt, hab euch geguckt, hab Hoaxilla gehört, schwurbel jetzt nicht mehr. Also dass wir tatsächlich diese Art von Effekt haben, das ist wirklich das allergrößte Lob überhaupt. Tatsächlich ein High-Praktiker, der jetzt das einstellt und was anderes machen will mit seinem Leben. Weil er das nicht mehr machen möchte, weil er festgestellt hat, dass das nicht funktioniert, was er geglaubt hat, was das funktioniert. Das ist wirklich richtig geil. Das war sehr beeindruckend. Ich kann euch, Hoaxillisten, an dieser Stelle die Werbung tatsächlich abnehmen, denn ich trage sie litfassäulenartig um mich herum. Wenn mir einer in den 90er Jahren erzählt hätte, dass Tommy Krabbeis eine Jacke mit meiner Fresse trägt, dann hättest du gesagt, wer ist Tommy Krabbeis? Nein, 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 nein. Da hätte ich mich extrem gefreut. Das steht ja auch ausgezeichnet. Vielen Dank. Sie ist etwas zu groß, aber ich mag die gerne so groß, dass man die Arme so ein bisschen Neandertaler-mäßig so in den Taschen hängen lassen kann und die Tasche nicht bis ganz zum Ende fassen kann. Ja, dann kann man so... Du kannst sie aber auch umtauschen. Also wenn sie dir wirklich zu groß... Nein, ich habe sie absichtlich zu groß gekauft. Gut, okay. Ja, und die ist total bequem und kuscheli-wuscheli wunderbar und sie hat euch beide. Es ist also kein lustiger Inselwitz von Ralf Rute mit einer Palme, sondern das seid tatsächlich ihr beiden. Gestickt. Nicht aufgeklebt oder so, sondern richtig gestickt mit einer Maschine. Ja, so schaut es nämlich aus. Habe ich hier auch als Pulli. Sehr schön. Holm, bei dir ist es immer noch das gleiche Buch, der relativ aufwand war. Ich schreibe doch nicht alle zwei Wochen ein neues Buch. Aber du schreibst einen Blog, der genauso heißt. Ich schreibe einen Blog, wo ich im Moment ein Buch vorgestellt habe, was ich jetzt... Jetzt holt er den Blog. Nee, jetzt holt er das Buch von Florian Aigner. Ich habe das Buch tatsächlich im Büro. Das Buch heißt Bewusstlosen-Sprechstunde, ist vom Gießener Satiriker Jörg Schneider zusammen mit Dominik Harrapatt, dem hessischen Landesvorsitzenden der Partei, für den ich jetzt an der Stelle gerne Werbung mache auch. Und ich durfte einen kleinen Beitrag dazu schreiben und noch jemand von uns durfte einen kleinen Beitrag dazu schreiben. Genau. Ah, du hast es. Ah, danke, genau. Ich habe es nämlich nicht hier. Genau. Und wenn ich mich nicht täusche, ich konnte jetzt noch nicht rein, Annika Brockschmidt, ne? Auch zum Beispiel, ne? Ich habe es tatsächlich gestern bekommen, gestern ganz schnell was dazu gepostet, aber ist noch nicht durchgelesen. Nee, 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 Annika nicht, aber Anna Beniermann zum Beispiel. Ah, Anna, ja, 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 Anna. Ist mit drin. Genau. Genau. Ja. Und Jochen Blom. Oh. Jochen Blom ist auch dabei, genau. Wahnsinn. Übrigens auch Dustin Hoffmann oder Dustin Hofmann, der Blaschkeiter von Martin Sonneborn. Ah. Martin, von dir gibt es gerade wieder ein schönes neues Video. Echt? Ja, doch. Das wirklich auch sehr viel in meiner Blase zwischen Florian und Waschkaus gut geteilt wird, zu den Falschpositiven. Genau. Das ist Quatsch. Also da wird, genau, ich habe ein Video dazu gemacht auf diesem einen Fake-News-Aufklärungskanal, den man leider sehr schwer findet, weil der Algorithmus das nicht mag, wenn man über Coronaviren spricht. Tatsächlich. Dann sag doch jetzt noch einmal ganz deutlich und klar, wie findet man den? Auf mega.video. Das war's, das ist die Adresse. Mega.video, das ist ja geil. Mega.punkt ist super geil. Wenn ihr das Mega.at genannt hättet, dann hätten das alle gefunden, aber wahrscheinlich war das schon belegt, oder? Keine Sorge. Da geben wir jetzt alle Mega.video. Aber es geht um die Frage, ob das wirklich stimmt, dass zwei Prozent aller PCR-Tests aufs Coronavirus fälschlicherweise ein positives Ergebnis liefern. Und es sind auch andere Videos schon drauf, die zum Beispiel zeigen, ob man doch vielleicht zu viel CO2 zurückatmet mit der Maske und so weiter und so fort. Und wir haben in dem Moment, wo heute die Sendung begonnen hat, unseren tausendsten Abonnenten bekommen. Es ist unglaublich. Was für fünf Videos nicht der Hammer macht. Also alle, die jetzt hier gerade da sind, das sind jetzt immer noch 508 sichtbare Zuschauer. Also es könnte doch jetzt jeder von euch nachher einfach mal kurz zu Mega.video rübergehen. Der McDrock hat's gerade so praktisch hier gepostet. Klickt da einfach mal drauf und abonniert das einfach. Das ist nicht die dümmste Idee, sondern vielleicht eine der besten, die ihr heute Abend durch mich hattet. Und ich teile die auch gerne. Die sind schön kurz. Das ist immer super. Also wenn einer mit irgendeinem CO2-Unsinn, dann kriegt er jetzt mal den Moda um die Ohren gehauen und dann jetzt bei den 2% funktioniert das auch prima. Sehr, sehr geil. So. Was? Warum sprechen Leute über meine Blasenentzündung? Was ist denn jetzt hier gerade passiert? Das ist alles sehr seltsam. Ich gehe mit meinen zehn Zweitaccounts nochmal drauf, schreibt Hexchen Luna. Danke Hexchen. Das ist echt toll. So, Nana, wohin gehen wir denn bei dir oder was können wir von dir hier noch empfehlen? Mein neues Buch kommt demnächst heraus, heißt Die helle Seite der Macht. Ein Thema, das ich uns gerne allen ans Herz legen möchte. Wie kann denn nicht nur durch die Krise, ja positiv ist das falsche Wort, aber konstruktiv geführt werden und woran erkennen wir eigentlich ja destruktive Führung und wie kann man damit umgehen? Wie kann man als einzelne Person soweit zum Führen der gesamten Gesellschaft beitragen, indem wir über bestimmte Methoden und Mittel die Spaltung der Gesellschaft abbauen, jeder einzelne von uns? Also Führung geht uns alle was an und ja, das Buch kommt bald heraus, Die helle Seite der Macht. Das gibt es zum Beispiel. Das ist auch ein, ich finde das ist generell auch ein schöner Schlussbegriff, die helle Seite der Macht. Davon hätte ich gerne mehr. Vielen Dank. Die Frage wird jetzt noch gestellt, was nächste Woche dran sein könnte. Weißt du es, Alexander? Spuk, Poltergeister und Ghost Hunter, weil es ist ja Halloween naht ja und wir haben einen echten Ghost Hunter auch in der Sendung dabei. Da freuen wir uns besonders drauf. Meine Fresse. Ist ja eine gute Sendung. Vertrauen Sie mir.